Aufnahme. Läuft. Handy. Ist weit weg und leise. Okay, ich hab mein Earl Grey. Heiß. Natürlich. Ich hab hier die gute Thomas-Henry-Mate-Mate, die mir ganz gut schmeckt. Kann man hier mal ein bisschen Werbung machen, werden aber trotzdem nicht viel bezahlt. Und schniefst du noch oder niest du schon? Ich schniefe nur noch, aber nieße nicht mehr. Hoffentlich. Für alles andere gibt's ja den Mute-Button. Genau. So ähnlich geht's mir auch. Also ich hab die letzten zwei Tage erheblich mehr Zeit als üblich im Bett verbracht. Aber irgendwie so heute, jetzt geht's langsam. Also ja. Also nichts Falsches, im Bett zu liegen. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequenz start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a Countdown Podcast Folge 60. Eine runde Folgen zahlen mal wieder. Alle 10 Folgen ist es soweit. Erstaunlicherweise. Ich begrüße bei mir den leicht angeschlagenen, aber nichtsdestotrotz super motivierten Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, nur noch 6 Folgen und wir haben die nächste Schnapszahl. Yay. Ja, 6 Folgen, 2 Wochen, also 12 Wochen. Also so, dieses Jahr wird's nicht mal ganz damit hinhauen. Ja, und die nächste Folge ist eine Primzahl. Ja, stimmt. Also wir, wir können, wir können feiern, wann immer wir wollen. Wir können feiern, wann immer wir wollen. Ja, weniger zum Feiern zumute war mir allerdings jetzt am Wochenende. Ja. Weil da habe ich leider erfahren, dass der Detlef Breitenbach, auch bekannt als Black Mc42, leider gestorben ist. Gehörte zu den Leuten, die ganz am Anfang, als wir hier noch in sehr kleinen finnischen Clubs gespielt haben, den, den Podcast weiterverbreitet hat auf Twitter. Und ich habe ihn selbst persönlich erst im August das erste Mal kennengelernt. Aber wer ihn nicht kennt, ja, er war seit ungefähr 10 Jahren mehr oder weniger blind, nicht ganz. Also er konnte noch ein bisschen was sehen. Aber trotzdem jemand, der das Leben echt genossen hat. Große Bereicherung für die Podcast-Welt, weil, naja, wenn die Augen nicht mehr so richtig tun. Das mit dem Hören, das klappte immer noch sehr gut bei ihm. Er war eigentlich nicht so krank, dass man gedacht hätte, da passiert irgendwas. Aber tja, fand es sehr traurig. Wir haben uns wunderbar unterhalten auf dem Podstock im August. Wir haben irgendwann vorm Lagerfeuer gesessen, so gegen Mitternacht. Und irgendwann wurde es hell und irgendwie früh um acht haben wir uns dann ins Bett begeben. Das war schon, das war ein tolles Erlebnis. Und es ist echt schade, dass das nie wieder passieren wird. Tja. Ich kannte ja den Detlef schon vom Podstock 2015, wo ich mich auch sehr nett mit unterhalten habe. Er war ja nicht nur jemand, der unseren Podcast oder andere Podcasts weiterverbreitet hat, sondern auch immer, immer uns auf die richtigen Artikel auch gestoßen hat. Jaja, also der war ja, war auf Twitter immer sehr, sehr aktiv. Ja, sehr aktiv. Und hat allen Leuten, von denen er wusste, hey, das könnte die und die interessieren, hat er sofort direkt weitergeleitet. Also es war ein, ein toller Mensch. Genau. Ein wirklich toller Mensch. Hat er auch selber gepodcastet beim Proton-Podcast, ähm, der ja im, im Sinne unseres Projektes hier auch ist. Also keine Angst vor langen, langen Worten, äh, und vor langen Sendungen. Ja. Kann man sich natürlich immer noch das Archiv anhören. Das waren, glaube ich, die Ersten, die rausgefunden haben, dass auf Phonik, äh, ein Sechs-Stunden-Limit hatte und dann wurde das irgendwann wieder rausgenommen oder sowas, ne? Ja, genau. Ähm, das Archiv kann man sich natürlich immer noch auf der Webseite oder im Podcatcher anhören. Äh, würde ich auch mal sehr empfehlen, wenn man, äh, so Sendungen mag, die wir hier auch machen, äh, im, im Geiste der Wissenschaft. Ähm, ein ganz großer Vertreter. Ja, also da sind schon ein paar Tränen geflossen, also keine Sorge. Ja, nee, das hat mich auch sehr überrascht am Wochenende. Jo. Tja, ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, irgendwie, es hat mich der Taten dran gepackt. Ähm, machen wir erstmal weiter mit den, mit den Patreons, bei denen wir uns natürlich genauso bedanken für die fortwährende Unterstützung als der wären der Johannes, der Niklas, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Manuel, Markus, Mö, Christine, Hans, Michael, Biberon, Carsten, Daniel, Rominger, Ra, Biro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian und Eike. Genau. Vielen Dank. Äh, ich hab dann noch vom, äh, Janik eine größere Einzelspende über Paypal bekommen. Ist natürlich auch brav in unser Sparschwein gekommen und der Chino, in Klammern, Tom hat mir entscheidend auch ein Päckchen geschickt, was ich noch nicht, äh, von Hermes, ähm, ähm, ergattern konnte sozusagen, ähm, am Freitag kann ich es dann abholen. Ich bin sehr gespannt, was er mir da geschickt hat, aber ich denke mal, es ist, äh, äh, im, im, im Zusammenhang mit, äh, Countdown, weil er hört gerade, äh, alle Folgen, so wie das hier durch, er ist jetzt erst bei Folge 40, äh, anscheinend gibt es Leute, die das tatsächlich von Anfang an, äh, durchhören, unser Archiv. Ich kann das ja nicht ganz verstehen, weil wir doch sehr aktuell sind, aber ich bin halt, ich bin aber auch ein Mensch. Ja, aber ich bin auch ein Mensch, der, wenn, wenn er einmal irgendwie so einen Podcast hat, dann, dann fange ich nochmal von ganz von vorne an oder so. Das passiert mir auch, ja. Ich kenne das. Ja. Also ich, ich verstehe, ich verstehe das auch nicht, wieso, dass jemand bei diesem Podcast hier machen sollte, aber irgendwie, äh, ich glaube, die Leute, die die Podcasts machen, die ich dann so höre, denen geht das genauso. Die verstehen das auch nicht, wieso das jemand tun wollte. Also, ja, da besteht Parität. Ja. Ja. Äh, genau, das soll's auch, äh, achso, ja, LiberaPay, ähm, Experiment, jetzt erstmal geht noch weiter, ähm, Spenden sind jetzt, haben sich jetzt nicht groß verändert, der Betrag, aber es tröpfelt stetig und, äh, bin immer noch sehr zufrieden damit. Also dort, äh, seid ihr immer noch angehalten, äh, uns über LiberaPay zu spenden und vielleicht auch von Patreon darüber zu wechseln, ähm, könnt ihr bei gleichem Betrag mehr, uns mehr unterstützen. Ganz einfach gesagt. Ja. Übrigens, wer, äh, Rollenspiele mag, äh, und vielleicht schon mal von Puerto Partida was gehört hatte, ähm, bei der aktuellen Ausgabe von Puerto Partida, äh, bin ich dabei gewesen. Ja, ich hab schon, ich hab schon viel Gutes gehört über die Folge. Ja. Noch nicht dazu gekommen, mal gehört, mal reinzuhören, oder? Naja. Ähm, ja, du weißt doch, ich hab so einen, so einen tiefen Podcatcher, da muss ich erst mal hochkommen. Ja, ja. Ja, sonst, äh, gibt's keine Hausmeistereien zu erledigen, glaube ich, soweit. Äh, den Rest werden wir dann am Ende machen, wenn wir in der Folge noch was einfällt. Aber Frank, äh, du hast, du hattest mich schon im Vorgespräch drauf, äh, darum gebeten, dass du gleich ein Thema zu Anfang machen, äh, darfst. Genau. Kannst, weil es dir unter den Nägeln brennt? Naja, nö, weil ich mich einfach gerade damit auseinandergesetzt hatte und wenn ich dann mit anderen Themen erst anfange, dann, äh, muss ich erst wieder rumkramen im Kopf, Mensch, wie war das gleich nochmal? Äh, weil, ja, also Space News, äh, hat einen Artikel gebracht, ähm, dass das Verbot von Hydrazin, äh, zwei Milliarden Euro kosten könnte der europäischen Weltraumindustrie und wird hier schon seit einer Zeit, äh, diskutiert, dass man Hydrazin verbieten möchte, wenn's irgendwie geht. Ähm, Hydrazin ist ja ein ziemlich, äh, giftiges Zeugs, auch wenn's ein toller, toller Treibstoff ist für Raketen. Er wird, also, und, äh, so wie ich das verstanden habe, geht's hier um reines Hydrazin. Also nicht um Monomethyl oder Dimethyl oder sonst irgendwas, sondern reines, äh, Hydrazin, ähm, das in Satelliten benutzt wird, um dort, äh, ja, um dort, ähm, ganz einfache, äh, Raketentriebwerke zu haben, ähm, die nur, also wirklich nur Hydrazin brauchen, also Monopropellant nennt sich das Ganze, also ein Einzel-, also nur eine Komponente und nicht zwei, die dann halt mit einem Katalysator zerlegt werden und, also chemisch zerlegt werden und, äh, ja, dadurch dann halt die Hitze erzeugen und, äh, ja, halt das, das ganze Ding betreiben. Dazu braucht man praktisch, äh, im einfachsten Fall braucht man wirklich bloß, äh, einen Hahn vom, also irgendeinen Ventil aufzumachen vom Treibstofftank und dann rauscht das Ding los. Problem dabei ist halt, wie gesagt, das Ganze ist giftig. Und, äh, irgendwie aus der Ecke kommt dann die, die Forderung, ähm, man, man möge es doch bitte, man möge es doch bitte sein lassen und stattdessen Alternativen benutzen. Und, äh, von Alternativen hat man immer mal so ein bisschen was gehört, wurde ab und zu mal getestet in einzelnen, in einzelnen Raketen und so weiter. Äh, irgendeine Dragon-Mission hatte sowas oder sollte sowas auch mitnehmen. Ähm, aber ich kannte so nicht so richtig die Details. Wie sich herausstellt, habe ich auch nicht alle Details gekannt von Hydrazin, äh, von Hydrazin-Triebwerken. Ähm, also da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr als nur der Katalysator drin. Ähm, der Katalysator kann außerdem noch verheizt werden. Und im Allgemeinen wird das auch getan, äh, weil die Kaltstarts wohl offensichtlich, ähm, ziemlich belastend sind für den, für den, äh, Katalysator. Also wenn man einen kalten Katalysator hat und dann einfach bloß das Hydrazin drauf packt, dann, äh, hat man halt einen relativ großen, äh, Temperaturschock am Anfang. Und, äh, ich schätze sich mal, dass es daran liegt. Also jedenfalls, äh, wenn man sich bei den Herstellern die, äh, die Datenblätter anschaut, dann steht dann da, okay, dieses Triebwerk ist für, äh, maximal zehn Kaltstarts, äh, qualifiziert oder irgend sowas. So heißen, der Normalfall ist, dass der Katalysator erst mal vorgeheizt wird, bevor das reinkommt. So. Und, äh, wie man sich vorstellen kann, quatsche ich davon, äh, hauptsächlich deshalb, weil, äh, das jetzt gleich eine Rolle spielen wird. Ähm, die Alternativen zu Hydrazin, äh, heißen einmal HAN und ADN. Das eine ist, also ADN ist Ammonium-Dinitramid und HAN ist Hydroxyl-Hydroxyl-Ammonium-Nitrat. Beides, äh, Stoffe, die eigentlich fest sind. Ähm, das ist nun witzigerweise auch beim, auch beim Hydrazin nicht viel anders. Also Hydrazin ist zumindest bei den Umgebung, bei den typischen Umgebungs, äh, Bedingungen im Weltraum dann doch eher fest. Also hat so einen Schmelzpunkt von zwei Grad, glaube ich. Also muss dann, also die, die Tanks müssen dann auch irgendwie, äh, ja, zumindest warm gehalten werden ein bisschen. Ähm, entweder indem man einen Heizer hat, also irgendein Heizelement im Tank oder, äh, man muss halt so sehen, dass man den Tank immer ein bisschen Richtung Sonne aus, äh, ausgerichtet hat und nicht gerade im Schatten hat, sodass ich halt, also man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass die Temperatur, äh, entsprechend geregelt ist. Damit das Zeug da drin flüssig ist und man, und man das Ganze halt pumpen kann. Die Alternativen, äh, wie gesagt, also HAN, Hydroxyl-Ammonium-Nitrat, äh, wird flüssig bei 48 Grad, äh, wird aber tatsächlich noch, äh, vermischt mit Wasser und mit Ethanol oder Methanol oder irgend sowas in der Richtung. Also das Zeug wird alles nicht rein benutzt und dann kann es tatsächlich, äh, so auf die Größenordnung 0 Grad Celsius, äh, auch gehen. Also es ist durchaus in der Richtung vergleichbar. Und, äh, wenn man sich das ADN anschaut, äh, dann ist der Schmelzpunkt noch ein Stück höher, aber ist das Gleiche ist praktisch das Gleiche in Grün, äh, dass man das halt mit, äh, 35 Prozent, äh, Wasser und Methanol oder irgendwas in der Größenordnung, ähm, vermischt. Also, ja, so der größte Teil ist dann halt ADN und der Rest ist dann noch irgendwas anderes, damit das ganze Zeug halt flüssig wird und flüssig gehalten wird. Ja, witzigerweise bei ADN habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt gesucht, äh, und das wird auch für als Ersatz, äh, in, äh, in Feststoffraketen vorgeschlagen. Also, äh, ja, äh, was irgendwie, äh, ich fand das irgendwie ganz putzig, dass man halt, äh, dass man dann halt etwas, das eigentlich so ein typischer Einsatzbereich für Flüssiges ist, dann auch gleichzeitig als Ersatz für Feststoffraketen mit benutzt, äh, indem man halt, äh, ja, indem man halt irgendwie dafür sorgt, dass der, dass der Schmelzpunkt dann wohl, also Schmelzpunkt von knapp 100 Grad ist jetzt nicht so schlimm, dass man den, dass man, dass das Zeug sich mal eben verflüssigen würde von alleine. Praktisch als Ersatz für das übliche Ammonium Perchlorat, was ja den größten Teil von, ähm, von Feststoffraketen ausmacht und was dafür sorgt, dass man ziemlich viel Salzsäure da hinten rausschmeißt. Und das wäre in dem Fall halt nicht so, äh, weil Ammonium-Dinitramid, äh, ja, besteht halt nur aus Stickstoff, äh, Sauerstoff und Wasserstoff. Und ja, da, da ist kein Chlor drin, äh, entsprechend ist dann das Abgas entsprechend sehr viel weniger, äh, sehr viel weniger giftig. Äh, allerdings habe ich noch nichts gesehen, dass das irgendwer in größerem Maßstab benutzen würde. Die Stoffe wurden übrigens zuerst in der Sowjetunion, äh, entdeckt, äh, in den 1970er Jahren und dann wurden sie als Staatsbegeheimnis behalten. Bis dann die Amerikaner Ende der 80er Jahre selber mal was gefunden haben in der gleichen Richtung. Dann, äh, ja, war es dann halt nicht mehr so geheim, ne? Also, war die, war die Katze einmal aus dem Sack. Ich habe mehrere Fragen dazu. Ja, brauche noch nicht durch, aber frag mal. Ja, ne, bevor du weiterredest, ähm, also benutzt das jemand schon? Also dieses Ammonium, äh, die, die, Nitramid. ADN und HAN. ADN, nein, 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 wir sagen das schon richtig. Und Hydroxyl, Ammonium, Nitrat. Testweise halt. Testweise, okay. Kannst du was Konkretes sagen? Irgendwie ein konkretes Projekt? Oh, es gab diverse. Ich habe, ich habe bloß so ab und zu mal welche gesehen, äh, halt wirklich so einzelne. Also, ich, ich habe noch nicht gehört irgendwie, dass ein, ein Satellitenbauer gesagt hätte, hey, wir bauen nur noch, äh, Satelliten, die das benutzen. Äh, also überhaupt nicht, ne? Und jetzt heißt es plötzlich, ja, bis 2021 wollen wir das verbieten. Wollen wir, äh, Hydroxyl verbieten und dann nur noch damit. Äh, Jungs, so wird das nix, ne? Also die, die Alternative ist irgendwie noch nicht so ganz, äh, noch nicht so ganz spruchreif. Es ist halt, wie gesagt, es ist eine furchtbar, wie wir schon öfter, öfter gesagt haben, es ist eine furchtbar konservative Branche. Und da wird man meistens, also, da muss man schon einiges vorweisen, dass das Ganze auch sehr, ähm, sehr zuverlässig ist. Bevor die, bevor die Industrie da sagt, okay, das nehmen wir. Ja. Äh, zweite Sache, ähm, du hattest letztes Mal in den Shownotes, äh, mir so eine schicke Seite zum Verlinken gegeben, nämlich PubChem, 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 ja, vom, äh, von US National Library of Medicine. Finde ich ja sehr lustig, die Seite. Das ist so ein bisschen besseres Wikipedia für Chemie. Äh, ja. Ich kannte die gar nicht, weil ich finde sehr lustig, dass es dann immer einen Eintrag Vendors gibt, wo man dann gleich schauen kann, wo man die entsprechende Chemikalie kaufen kann. Ja, 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 ähm, ja. Ist manchmal auch ganz witzig. Ähm, egal. Äh, dritte Sache, dritte Sache. Mir ist eingefallen, ich habe einen Artikel hier abgespeichert, ähm, von Parabolic Arc, wo es darum geht, dass, ähm, die ESA jetzt ja Teil des ersten komplett elektrischen Satelliten ist, nämlich Eutelsat 172b, ähm, der vor kurzem, äh, gestartet wurde. Genau. Und der ja, ähm, mit den, äh, mit Ionentriebwerken funktioniert, die in so einem Teleskoparm angebracht sind, was ich ganz interessant finde, dass man die noch viel besser ausrichten kann, äh, quasi auf die, auf die, auf Center, auf, äh, Massencenter das... Ah, verdammt, ähm, 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 kann ich, kann ich dich mal hier kurz, äh, abwürgen und sagen, ähm, sprich das nachher gleich nochmal an. Okay. Da kannst du mich nochmal anstechen und dann reden wir darüber. Gut, dann lasse ich dich jetzt erstmal weiterreden. Ist natürlich schon was hier mit, äh, Ionentriebwerk könnte man vielleicht, äh, das Hydrazin teilweise damit einfach ersetzen. Ähm, ist ein Gedanke. Äh, ich weiß nicht, wie, wie praktikabel das in, in allen Einzelfällen ist. Äh, weiß ich halt nicht. Mehr, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, ja, jedenfalls, äh, ja, es ist halt alles noch nicht so richtig, noch nicht so richtig gut erprobt. Ähm, äh, vor allen Dingen ist das Problem sowohl mit HDN als auch mit HAN, also mit, äh, mit Ammonium. Also, ja, ich muss selber nochmal nachgucken. Äh, Ammonium, Dinitramid und Hydroxyl, äh, Hydroxyl-Ammoniumnitrat, äh, ist halt, dass man, äh, äh, dass man die erheblich weiter aufheizen muss, bevor die, bevor die Katalysatoren so richtig, äh, äh, wirken können. Und, äh, ja, das ist halt ein Problem. Also, man, man muss den, dann diese Katalysatorbetten vorheizen. Man muss, wenn es sein muss, auch noch den, äh, den Treibstoff ein bisschen vorheizen. Aber du kannst gleichzeitig auch nicht sagen, ja, wir heizen einfach den, den Treibstoff so weit vor, äh, die Tanks einfach so weit vor, dass die immer so entsprechend, äh, warm sind, weil dann fängt das Zeug sich an zu, zu zersetzen von alleine. Also, du kannst das wirklich erst so kurz vor dem Einsatz dann aufheizen und, äh, alles sowas halt, ne? Also, da, da ist noch einiges an Entwicklungsarbeit eigentlich nötig, so wie ich das jetzt, äh, in den letzten, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden, wo ich mir da so ein bisschen Zeugs so durchgelesen habe, gesehen habe, äh, da ist noch einiges an Entwicklungsarbeit eigentlich zu tun, bevor das so richtig ordentlich ausgereift, spruchreif ist. Und hätte jetzt die ESA gesagt, äh, wir starten ein riesengroßes Testprogramm und, äh, jetzt kommen hier jeder, alle ein, zwei Monate kommen, kommen Satelliten da hoch, die das Zeug benutzen, damit dann jeder sieht, okay, das funktioniert oder das und das funktioniert noch nicht oder was auch immer. Äh, und das wäre ja im Prinzip durchaus möglich, ne? Also, wäre ja ein sehr einfacher Satellit dann, würde ich mal denken. Wahrscheinlich bin ich jetzt etwas sehr naiv. Äh, aber irgendwie, dass man eine ernsthafte Testplattform dafür hat und das demonstriert hat, okay, das und das funktioniert, das wäre so das Mindeste, was ich da erwarten würde. Und so ganz sehe ich das noch nicht. Also, dass man wirklich so, ne, ne, also halt so richtig Tests, äh, serienweise, so, dass man da wirklich, äh, überzeugend sagen kann, hier, das ist ausgereifte Technik, das funktioniert. Weil an sich klingt das alles super, ne? Der spezifische Impuls ist besser, die Dichte ist besser, äh, soll heißen, ähm, man kriegt aus der gleichen Masse mehr Schub raus, ne? Also, äh, spezifischer Impuls ist ja letzten Endes einfach bloß Treibstoffverbrauch von der Rakete, ne? Ähm, also verbraucht weniger Treibstoff und der Treibstoff ist auch noch dichter und, also, brauchst kleinere Tanks. Also, im Prinzip wäre das alles super, aber es ist halt von der Technik her, äh, muss halt erstmal richtig ordentlich, äh, ausgereift sein. Übrigens, viel wichtiger fände ich das, dass man diese, äh, dass man die, das Zeug in den Feststoffboostern benutzen würde. Äh, also, ich, ich sehe, ich sehe vor allen Dingen überhaupt nicht, äh, äh, nicht so richtig ein, äh, dass man sich jetzt unbedingt auf dieses Hydrazin als allererstes gestürzt hat, weil im Prinzip, äh, viel wichtiger wäre es zuerst mal, sich auf die, sich auf das Ammoniumperchlorat, äh, in den Feststoffboostern zu stürzen, äh, die wirklich in, in, im Größenmaßstab von hunderten Tonnen, äh, Treibstoff, äh, einsetzen und das Zeug großzügig in der Landschaft versprühen, unten auf der Erde und nicht irgendwo weit oben in Orbit, wo das nie wieder, äh, auf die Erde kommt. Also, ich weiß nicht, ich, ich sehe da irgendwie etwas, äh, ich, ich sehe nicht so ganz, wieso die Priorität jetzt ausgerechnet dort liegt. Ich muss dich da noch kurz korrigieren. Das kann so sein, ja. Du hast am Anfang gesagt, die ESA will Hydrazin verbieten. Äh, okay. Die ESA kann, kann natürlich nichts verbieten, nämlich die Europäische Union will Hydrazin verbieten. Die EU will es verbieten, okay, ja. Äh, ich wette, das wäre uns um die Ohren gehauen worden, weil die ESA ist mal sehr darauf betrachtet, dass sie nicht Teil der EU sind. Ja, okay, ja, da hast du vollkommen recht, tut mir leid, ja. Nee, also, das, das muss man dann auch schon, das muss man schon richtig zuordnen, da hast du komplett recht. Äh, man fragt sich natürlich, äh, wer hat das, äh, von wem kommt das eigentlich? Naja, die, äh, die EU ist ja ich grad, äh, in verbiete, in verbiete Laune, äh, mit Glyphosat. Was heißt gerade? Was heißt hier gerade? Wart ihr irgendwann das mal nicht? Naja, also, es ist ja grad, das ist ja grad so im Mainstream, äh, äh, in den, im, im, so, außerhalb von unserer kleinen Bubble wird ja gerade diskutiert, ob man Glyphosat verbieten sollte, ähm, äh, nicht nur wegen krebserregender Stoffe, sondern auch, äh, weil das Insektensterben ja doch jetzt, äh, mit anhand von empirischen Studien belegt wurde und Glyphosat ja da auch einen Anteil dran trägt. Ich weiß es gar nicht, ähm, du hattest ja, du warst ja sehr kritisch gegenüber der WHO die letzten Wochen. Äh, ja, weil wir halt, wir haben halt eine Studie, veröffentlicht, wo die, äh, ja, wo halt gesagt wurde, ja, es weiß niemand so richtig, ob das krebsgefährlich ist oder, oder hat, haben so erscheinen lassen, dass, äh, dass da eine Krebsgefahr, äh, belegt wurde oder eine mögliche Krebsgefahr belegt wurde, obwohl die Forscher, äh, in der Arbeit, die sie dort zitiert haben, äh, tatsächlich echt das Gegenteil geschrieben haben und haben gesagt, wir haben jetzt so viele Studien durchgeführt, äh, wir konnten keine Effekte messen. Das ist nichts, da ist nichts Signifikantes dabei gewesen. Wir schließen daraus, dass es keine, keine ernsthafte Krebsgefahr gibt. Punkt. Und die WHO hat halt rausgemacht, äh, irgendwie sowas wie, äh, nichts genaues weiß man nicht. Ja, nee, 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 die haben, die haben daraus, die haben irgendwie, äh, die haben das fast ins Gegenteil verkehrt gehabt sogar. Okay. Ich hab's nicht mehr ganz genau im Kopf. Also, ich möchte's jetzt auch nicht, ich möchte's jetzt auch nicht versuchen, aus dem Kopf zu zitieren, äh, weil, so Teufelsküche und so, ne? Ja, aber da ging's ja jetzt ja nur um krebserregend. Da ging's ja nicht um Insektensterben. Das ist ja nochmal ein anderer, anderer Aspekt von Glyphosat. Ja, Insektensterben ist, bei Insektensterben und Glyphosat weiß ich nicht. Äh, wie weit das zusammenhängt, hatte ich so noch nicht gesehen. Ich, ich sehe halt beim Insektensterben vor allen Dingen, äh, dass die Felder, die ich kenne, so aus der Heimat, äh, dass die, äh, ihre Randstreifen verloren haben, dass die ihre Feldwege verloren haben und halt, äh, alle Ecken verloren haben, wo, wo früher mal Pflanzen gestanden haben. Äh, ja, ne? Also, ich, ich sehe halt, ich hab halt eine ganze Menge Ecken gesehen, wo früher mal, äh, deutlich mehr Pflanzen gestanden haben, die auch sehr divers waren, wo dann auch viele Insekten waren. Äh, und die jetzt halt nicht mehr sind. Ja, klar, das hat natürlich wahrscheinlich viele Faktoren. Weil, weil halt, weil halt einfach, äh, Felder umgepflügt wurden, weil, äh, ja, Ackerland ist ganz plötzlich sehr, sehr teuer geworden. Also, äh, das ging bei uns so weit, dass in einigen Dörfern dann, äh, die Bauern so, so selbst gemalte, äh, selbst gemalte Plakate hatten, äh, Ackerland hier zu verkaufen und so. Also, das war wirklich extrem. Also, das, das hat man ja sonst noch nie gesehen, dass, dass irgendwie die Leute hier mit, mit, äh, Plakaten versuchen, äh, ihr Land zu verkaufen, äh, weil es halt gerade sehr teuer ist, ne? Mhm. Das war, das war jetzt so um die, so nah 2009 oder so um die Ecke rum, als das halt, äh, alles hochkam, weil, ja, wenn man halt, äh, gerade so, so mit dieser Erdölkrise, also, als das, als die Ölpreise so in Richtung 100 und 150 Dollar pro Barrel gegangen sind, da hat man ja angefangen, äh, Biodiesel und Bioethanol bis zum Gehtnichtmehr zu, äh, zu produzieren. Und, äh, da schossen ja dann die, äh, Ackerpreise entsprechend hoch und, äh, da man die Produktion seitdem auch nicht mehr gesenkt hat, äh, ist halt die Nachfrage erhalten geblieben und die Preise sind entsprechend immer noch genauso hoch. Die Bauern bebauen das immer noch genauso und, äh, entsprechend, äh, hat man halt, äh, viel umgepflügt und das nicht wieder der Natur zurückgegeben. Und, naja, dann, dann fehlt halt was, ne? Ist klar, wo, wo, wo sollen dann die Insekten sein? Weil auf dem Feld, äh, Weizen, Raps, naja, Raps noch so ein bisschen, aber es ist halt nicht wirklich was Diverses, ne? Wo dann viele, wo dann über längere Zeit, äh, ständig irgendwas da ist, dass die Insekten zu fressen hätten, ist dann halt, okay, der, der Raps, der flüht, der, der blüht halt irgendwie mal, äh, es wird keine Insekten geben, die den Raps selber fressen, weil dann haben die Bauern was dagegen, ne? Also von daher ist das alles ziemlich neutral, äh, Mais ist genau derselbe Spaß, ne? Also, mhm, ist halt alles sehr, sehr schlecht dafür. Sogenannte Maiszünsler. Ja, okay, der, das ist so ziemlich der Einzige, der sich da freut und selbst da haben die Bauern was dagegen, also, und zwar nicht nur was dagegen im metaphorischen Sinn, sondern, äh, auch in kleinen Insektiziden und so. Äh, so nach dem Motto, äh, ich hab nichts gegen Nazis, äh, jedenfalls nichts wirksames. Ja. Genau, irgend sowas. Ähm, ja, äh, wie, wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zurück zu Hydrazin? Äh, wie kommen wir wieder zurück zum Hydrazin? Also, wie gesagt, äh, ich, ich weiß es nicht, wieso man sich jetzt ausgerechnet da drauf so gestürzt hat, äh, ähm, äh, ich sag mal, die, die schlimmsten Dinge sind mehr oder weniger durch, äh, wir hatten jetzt letztens den letzten Start einer Eurokot, Eurakot, nee, Eurokot, äh, stimmt, wir hatten uns darauf geeinigt, Eurokot darf, weil, äh, das O ist, äh, der zweite Vokal und nicht der erste, außerdem ist ein Eigenname. Äh, stimmt, also die letzte Rakot-Rakete ist, äh, äh, europäischen Auftrag geflogen und damit hat sich das dann mehr oder weniger gehabt, die Ariane 4-Rakete ist durch, das waren halt alle so diese, diese ganzen Dimethylhydrazin-Dinger, ähm, ja, aber Feststoffbooster werden immer noch freudig benutzt, äh, nicht nur in der Ariane 5, demnächst auch in der Ariane 6, in der Weger-Rakete genauso, ähm, und, ja, man freut sich da halt irgendwie drüber, ich weiß noch nicht, also ich, ich, finde das irgendwie nicht gut, das finde ich nicht gut, aber, äh, das Kleine, das, im Vergleich, äh, sehr kleine bisschen an, an Hydrazin, äh, ja, ich weiß es nicht, ich, ich verstehe das nicht so ganz. Okay, äh, wie sieht denn da die Timeline aus, also passiert das jetzt nächsten Monat oder sind wir da noch Jahre entfernt vom Hydrazin-Projekt? Nee, 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 also ein paar Jahre, ein paar Jahre sind es schon noch, äh, warte mal, ich glaube, es war 2001, Ja, aber es ist auch nicht so weit weg, mittlerweile. Ja, äh, es kann sein, da, es kann immer noch sein, dass, äh, dass der Raumfahrt da irgendwie, ähm, äh, Ausnahme bekommen könnte, aber, ja, es ist halt ein Problem, wenn, wenn es dann heißt, okay, die Europäer dürfen nicht mehr, aber alle anderen dürfen, weil, was macht man dann? Naja, klar, man geht, äh, zu den anderen hin, ne, äh, und ich sag mal, wenn du, äh, wenn du, äh, wenn du Hydrazin, und entsprechend kostet es dann für die Europäer mehr, ne, äh, weil du musst halt erst die Alternativen entwickeln, und ich sag mal, wenn du willst, dass das Hydrazin nicht mehr benutzt wird, äh, in der Raumfahrt, naja, dann musst du halt die Alternativen entsprechend entwickeln, weil im Prinzip, äh, würden sich ja die Leute drüber freuen, ne, es ist, äh, wie gesagt, höhere spezifische Impulse, äh, höhere Dichte, also kleinere Tanks und, äh, weniger Treibstoffbedarf, klingt ja super, ne, also so von der, von den, von den physikalischen und chemischen, äh, Grundlagen her, äh, hat es ja durchaus das Potenzial, äh, ein ernsthafter Ersatz für Hydrazin zu sein, nicht nur, weil Hydrazin verboten ist, sondern weil es einfach besser ist, ne, ähm, aber dazu müsste man es halt ordentlich entwickeln, und, äh, ja, hätte man einfach bloß gesagt, okay, wir entwickeln das jetzt mal ordentlich, dann wäre das Verbot höchstwahrscheinlich, äh, größtenteils überflüssig gewesen, weil es die Leute dann sowieso irgendwie aufgegeben hätten, und, äh, stattdessen was Besseres genommen hätten, einfach, dass, 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 das Bessere ist, das ist der Feind des Guten, ne, da braucht man auch nichts zu verbieten, ist so, ist so mein Gedanke dahinter, äh, kann sein, dass ich da irgendwelche Details übersehen habe, ähm, äh, schreibt's in die Kommentare, ich bin da durchaus kritikfähig. Frank, ich sollte dich doch an Eutelsat 172b erinnern. Ja, aber wie wir gerade außerhalb der Aufzeichnung besprochen haben, ähm, führt uns das jetzt auf ein Thema, dass, äh, so viel Text ist, äh, dass wir das heute nicht mehr hinkriegen, ähm, kommt dann nächstes Mal. Genau, wie gesagt, äh, wir versprechen ja mittlerweile immer was fürs nächste Mal und halten das auch meistens ein. Ja, äh, aber das war, das war eine völlig ungeplante, äh, Abweichung, die jetzt, die jetzt doch so viele Kurskorrekturen, äh, 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 gebraucht hätte, dass der Treibstoffvorrat für diesen Podcast, äh, nicht mehr ausgereicht hätte. Genau, deswegen kommen wir zu einem, äh, anderen Raumschiff, dessen Treibstoff, Treibstoff auch zwangsläufig die irgendwann ausgehen wird, nämlich die Dawn-Mission, die hat sich zurzeit am, ähm, Mikroplanetoiden, äh, Ceres befindet. Ah, komm, mach's nicht ganz so klein, es ist ein echt, ein waschechter Zwergplanet. Ein waschechter Zwergplanet, ähm, und die Dawn-Mission wurde zum zweiten Mal verlängert tatsächlich, äh, und wird, äh, noch bis Ende 2018, äh, den, den Planetoiden umkreisen, ähm, und jetzt in einem niedrigeren Orbit, nämlich, äh, wird die Periapsis von 385 Kilometern auf 200 Kilometer abgesenkt, was das bisher niedrigste Orbit ist, und in dem wird, äh, der, der Satellitorbiter, ähm, auch auf unbestimmte Zeit bleiben, weil man hat beschlossen, ihn einfach weiter kreisen zu lassen, äh, wenn das Hydrazin ausgeht, und die nicht, äh, Hydrazin, äh, soweit ich weiß, benutzt das Ding tatsächlich ein Ionentriebwerk, äh, für so ziemlich alles. Moment. Oder das Allermeiste. Kann allerdings sein, dass, äh, Nee, Parabolic Art schreibt, äh, äh, Stable Orbit indefinitely after a tight resin fuel runs out. Okay. Wahrscheinlich brauchen die das zur Stabilisierung oder so. Genau. Ja, das Zeug wird halt echt überall gebraucht, und, ja, ne? Ähm, genau, man wird sich fokussieren auf Gamma-Strahlung und Neutronen, und, äh, ja, das war, das war schon eigentlich der ganze Nachrichtenwert an dieser ganzen Sache. Äh, die Dawn-Mission haben ja noch nicht so groß drüber gesprochen, was die macht. Das war so ein bisschen, äh, immer diese Geschichte mit dem, mit den Chemtrail-Pyramiden auf Ceres, ähm, ähm, wer sich daran erinnert, das war halt, dass die, die, diese, diese, diese Ankunft auf Ceres, das war so ein bisschen der Windschatten von New Horizons damals. Damals, das erinnere ich mich noch. Da haben wir immer über New Horizons geredet und dann auch immer so als, als Wurmfortsatz auch über, über die Dawn-Mission, weil die so ähnlich gleichzeitig, äh, irgendwas gemacht haben, aber Dawn wesentlich unspektakulärer war. Ja, ähm, ich glaub, das war, war das nicht sogar vor unserer Zeit? Nee, 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 nee. Die Hauptzeit, also ich weiß, dass wir auf Twitter da sehr viel rumgeschatzt, ja, okay, wenn wir auf Twitter sehr viel rumgeschatzt haben, dann muss das schon während der Zeit gewesen sein. Es war halt, es ist halt so, dass, dass, Dawn ist ja das einzige, äh, einzige terrestrische Schiff, was, äh, um zwei extraterrestrische Objekte gekreist ist, nämlich, äh, 2011, 2012 um den, ähm, Asteroiden Wester. Und, äh, jetzt, äh, dann seit 2015, äh, um Ceres. Und, äh, ähm, das war wahrscheinlich vor unserer Zeit, also diese ganze Wester-Geschichte war weit, weit vor unserer Zeit. Genau. Und, ja, ich kann mich halt bloß noch an diese Annäherung erinnern, äh, was ja, was total, was total spektakulär ist, also, äh, gewesen ist, ähm, weil davor hatte man halt, äh, so Hubble-Aufnahmen von Ceres gehabt, was total verwaschen war, äh, logischerweise, weil das Ding ist klein und weit weg. Und, äh, da gab es so eine Region, die war ein bisschen heller. Ja. So, und jetzt flog das, aber, aber war halt eine große Region, weil es war halt ein matschiger Fleck und das Ding war sowieso alles schlecht aufgelöst und so und, äh, ja, hat man sich nicht viel bei gedacht. Und dann flog das Ding da immer näher ran und, äh, ja, dieser Fleck, also, so nach und nach wurde die Auflösung natürlich besser, weil, äh, die, die Raumsonde halt langsam da rankam und bessere Auflösungen liefern konnte als das Hubble-Teleskop. Und dieser Fleck wurde immer kleiner und im Vergleich zum Rest immer heller. Und, äh, äh, das war durchaus, also, äh, ja, das war durchaus witzig, ähm, und, ja, am Ende waren es halt dann irgendwie in einem Krater, also, wirklich bloß in der Mitte von einem Krater war dann praktisch ein richtig heller Fleck. Das war noch irgendwie Salzablagung oder sowas. Und, und dann so an der Seite noch ein bisschen was und das war's dann. Ja, irgendwie sowas in der Richtung war das, ja. Ja. Ähm, ich hab damals noch gescherzt immer, also, bis zum Beweis des Gegenteils ist das erst mal ein Alien-Raumschiff. Ja, ja. Eine Alien-Basis auf Ceres. Hatten wir ja auch im Podcast besprochen, ja, eine Folge heißt ja Chemtrail-Pyramiden auf Ceres. Genau, okay. Wir haben ja gesagt, da kommt, da kommt, wird, wird das Chemtrail gelagert, was dann hier auf der Erde versprüht wird. Äh, genau, und man hat sich jetzt, äh, dagegen entschieden, was, äh, zuerst anscheinend geplant war, dass, dass irgendwann, äh, wie Rosetta, ähm, ähm, Dorn auf, auf Ceres landen wird. Ähm, äh. Ich glaube, es hat dann eine ganze Zeit lang die Diskussion gegeben, ob man weiterfliegt. Ja. Aber irgendwie gab's ein Problem mit dem Triebwerk oder irgend sowas war da. Okay. Aber ist jetzt zu lange her, um da, äh. Also, dass man den Head-Track macht mit drei, drei Planetoiden. Ja, dass man noch irgendwas findet halt. Mhm. Ähm. So ähnlich, wie man's mit New Horizons gemacht hat. Was ja auch so eine, was ja, 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 oder noch macht besser gesagt, äh, ankommen wollen sie in etwas mehr als einem Jahr. Ähm, äh, was natürlich auch so ein wahnsinns Ding war, ne, während das Ding noch unterwegs war, hat man beschlossen, ja, wir suchen dann mal nach weiteren Zielen. Man wusste gar nicht, ja, wo fliegt man denn eigentlich als nächstes hin? Und hat dann 2014 erst einen entdeckt mit einem Hubble Space Teleskop, der zufällig so ungefähr in der richtigen Richtung war. War das nicht so ein Riesending, dass wir das jetzt erst beobachtet haben? Da war doch was, dass, dass dieses Kuiper Belt Objekt, äh, ne, ne, das ist ein anderes. Das war was, das war, das war ein anderes, äh, das war Homate, glaube ich. Ne, 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 das ist das, das ist das Kuiper Belt Objekt, was, äh, jetzt New Horizons ansteuert und das ist vor so einem Stern hergeflogen und, ähm, die wollten das natürlich erwischen, wenn das, äh, quasi, äh. Ne, 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 oder, 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 oder hab ich im, wo sie so ganze Städte ausgeschaltet haben, damit die da bessere Lichtverhältnisse haben. Äh, äh, ah, das war im Juli, okay, ne, ich, ich dachte jetzt hier vor ganz kurzer Zeit. Okay, also im, im, im Juli gab es da tatsächlich eine, eine Beobachtung, ja. Genau, sag ich doch. Stimmt. Ähm, stellst du mich ja etwa in Frage? Äh, ne, ich hatte, ich hatte vor kurzem erst, äh, ein, äh, ein Artikel geschrieben über Haumea. Haumea? Der, der, ja, das ist einer der Kleinplaneten, die man, äh, in den Fernen des, des Kuiper Gürtels gefunden hat. So, so außerhalb von der, von der Neptun-Bahn. Mhm. Ne, ne, ich meine das Kuiperbald-Objekt, äh, 9, und, äh, M-U, 2014, 69, wenn ich mich nicht, ohne nachzuschauen. Ähm, was ja wohl, wo angenommen wird, dass das irgendwie so ein Doppelding ist, so, so, also auf jeden Fall so ein Doppelnukleid hat. Und das war ja ganz lustig, da haben sie sich an der ganzen, ganzen Ostküste irgendwie aufgereiht mit ihren Teleskopen. Die ganzen Straßenbeleuchtungen von den Städten wurden ausgemacht und dann haben die da, äh, versucht, das zu beobachten wie wild. Äh, auch, auch recht erfolgreich, wenn ich mich erinnere. Das ist, äh, super spannend, dass man da irgendwie, das war auch gleich, ich glaub, das war zu der Zeit auch wiederum zu der Sonnenfinsternis, wo irgendjemand dann so diesen Witz gemacht hat, ja, hier Sonnenfinsternis, aber nicht von unserem Stern, sondern von einem anderen Stern. Das ist, äh, das ist doch sehr spannend. Ja, ich, ich pack mal in der, in unserer Google-Doc, äh, ein Link mit einem Artikel von mir, äh, ein Zwergplanet mit Ring. Ah ja. Ja, und, äh, da ging's tatsächlich darum, dass man, äh, halt bei Homer, äh, ja, eine, eine Bedeckung, äh, beobachtet hat mit zwölf Teleskopen. Und, äh, da hat man dann um einen Asteroiden, also, man hat halt gedacht, es wäre ein Zwergplanet, aber jetzt sagt man, äh, nur noch Asteroid erstmal sicherheitshalber, ähm, ähm, hat man einen Ring entdeckt und, ja, konnte das Ding ordentlich vermessen, also man weiß jetzt, wie groß das ist, also, also, was für, was für Abmaße das Ding ungefähr hat. Und die Abmaße sind so, dass das Ding, äh, letzten Endes ein sehr, ein abgeplattetes Ei ist. Also wie, äh, wie, äh, also nicht, nicht einfach nur, also weil ein Ei, ein Ei ist ja immer noch, äh, ist ja immer noch rund, zumindest in eine Richtung, ne? Ja. Und das Ding ist in absolut keine Richtung rund. Meinst du, meinst du wie Part, wie, wie der, wie der, äh, Saturnmond? Nee, 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 das wäre ja dann, das ist ja wie so ein, wie so, äh, wie so ein Unterflug, wie unterfliegender, genau, genau, so. Nee, nee, das ist ja dann, das ist ja dann immer noch rund, ne? Also so eine fliegende Untertasse ist ja immer noch rund in eine Richtung, ne? Ja. So, nee, das Ding ist elliptisch in allen, in allen drei Richtungen. Aha. Also, ja. Ja, gut. Das ist ein sehr merkwürdiges Ding. Brauchen wir vielleicht ein Bild für. Ja, ja. Also, äh, stell dir einfach ein Ei vor, dass du so hinlegst, wie es halt normalerweise liegt, ne? Und jetzt machst du das Ei nicht als Ei, sondern irgendwie aus Silikon oder so, sodass es halt ein bisschen, sodass es ein bisschen, äh, 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 flummiartig ist. Und wenn du das dann nochmal von oben her drückst, ne, dann ist das ja in drei Richtungen nicht rund. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So. Also, da, da ist, also, da ist, also, normalerweise ist ja ein Zwergplanet so definiert, ähm, dass die Form des Planeten, äh, durch die Gravitation, durch die eigene Gravitation, äh, letzten Endes hervorgerufen wird und, äh, praktisch die Kräfte, äh, von den Partikeln, aus denen das Ding besteht, praktisch keine Rolle mehr spielen. Also, man hat so ein, so ein hydrodynamisches Gleichgewicht, ne? Also, wenn das Ding nur aus einer Flüssigkeit bestehen würde, dann würde es ungefähr die gleiche Form haben. Ja. Also, tatsächlich, tatsächlich ist das Zeug alles fest, aber, äh, wenn es eine Flüssigkeit wäre, dann würde es ungefähr die gleiche Form haben. Aber das Ding halt nicht, ne? Ja, ne? Und jetzt stellt sich halt die Frage, äh, wie kommt es dazu, dass diese, äh, dass das Ding überhaupt diese Form hat, weil eigentlich hat das Ding genügend Gravitation, um so im Laufe der Zeit, äh, doch diese, doch so ein, so ein hydrodynamisches Gleichgewicht einzunehmen. Und, äh, da ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Spekulation, ob es da, ob es da irgendwie eine Kollision gegeben hat oder so. Ähm, das wäre jedenfalls auch eine Erklärung dafür, dass man da einen Ring gefunden hat. Und, äh, witzigerweise ist das nicht der erste Asteroid, den man gefunden hat, der einen Ring hat. Also, man hat schon mal irgendwo, äh, äh, näher an der Erde dran, äh, irgendwo zwischen Jupiter und Saturn, glaube ich, äh, einen kleinen, äh, irgendwie einen Trojaner gefunden. Und einen so 250 Kilometer Durchmesser, der auch einen Ring hatte. Ähm, ja, interessante Sache jedenfalls. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber es ist, äh, nichtsdestotrotz, wahnsinnig spannend. Genau. Ja, also, äh, achso, und ist, um wieder zur Raumfahrt zu kommen. Waren wir direkt von der Raumfahrt? Naja, so ein ganz kleines bisschen, aber wir fliegen sofort zurück, ähm, weil, äh, es gab tatsächlich Untersuchungen, äh, was man denn machen könnte, um, um vielleicht sich das Ding genauer anzugucken. Und da gab es, die habe ich auch irgendwo verlinkt, äh, dass man innerhalb von sechs Jahren dahin fliegen könnte, wenn man denn eine Raumsonde baut, äh, mit Radionuklidbatterie und einem Ionentriebwerk. Und wir sind schon wieder bei Ionentriebwerken gelandet. Ja. Das ist eine, die, die ganze Sendung wird jetzt ein, ein, ein einziger Teaser für die nächste Sendung, äh, bloß weil wir dieses Ionentriebwerks-Thema, äh, nicht ansprechen wollten. Verdammt, nur weil ich das nicht vorbereitet hatte. Äh, war nicht Absicht, ernsthaft. Äh, wollen wir mal irgendwas Handfestes machen? Nämlich, ähm, vielleicht, äh, diese ganze Soyuz-Geschichte. Wir haben ja mehrere Soyuz-Äh-Themen vorbereitet. Ja, okay. Also, die erste ist eine ganz kurze Geschichte. Äh, es ist mal wieder eine Soyuz-Rakete gelandet mit Menschen an Bord und, äh... Äh, Moment, ist die ganze Rakete gelandet oder nur das Raumschiff? Nein, nicht die ganze Rakete, eine, das Raumschiff natürlich. Also, genau genommen auch nicht das Raumschiff, sondern nur der mittlere Teil vom Raumschiff, nämlich die Rückkehrkapsel. Die ist gelandet. Und, äh, nach dem Wiedereintritt, äh, also vor dem Wiedereintritt wären ja schon die beiden Module, vorne das Wohnmodul, hinten das Service-Modul abgesprengt. Und, äh, so dass dann halt diese Wiedereintrittskapsel von alleine zurück, äh, also alleine halt in die Atmosphäre kommt. Und irgendwann, äh, muss dann ja der Fallschirm geöffnet werden. Und offensichtlich hat die Öffnung des, äh, Fallschirms ein Ventil geöffnet, das eigentlich erst später hätte sich öffnen dürfen. So in acht Kilometern Höhe war das schon, äh, anstatt irgendwann später in fünf Kilometern Höhe. Äh, das für einen Druckausgleich zwischen innen und außen, äh, gedacht ist. Und dadurch, äh, ist der Druck halt ernsthaft abgefallen im Inneren der Kapsel. Das ist jetzt für die, für die Astronauten, Kosmonauten da drin, äh, für die, für die Besatzung nicht übermäßig dramatisch, weil die sind sowieso alle in Druckanzügen, äh, seit, äh, dem Unfall von Soyuz 11 hat man das zur Vorschrift gemacht, äh, dass, äh, grundsätzlich die Leute da drin Druckanzüge tragen müssen. Also von daher bestand da soweit keine Gefahr, dass die da irgendwie ersticken würden oder so. Aber, ähm, ja, war halt trotzdem blöd. Also soll nicht vorkommen, ne? Ja, und, äh, viel mehr ist da nicht. Okay. Viel mehr war da nicht. Aber es ist auf jeden Fall, äh, nichts, was man irgendwie, äh, unter den Teppich kehren sollte. Genau. Äh, wesentlich wichtiger ist die neue Abschaltprozedur bei den Soyuz-Raketen, ähm, weil, äh, die, äh, die Flüge mit dem Soyuz-Raumschiff, äh, werden zur Zeit noch mit den Soyuz-Fregatt-Raketen gemacht. Wäre ich clever gewesen, hätte ich, äh, vorher nachgeschaut, äh, was die Soyuz-Fregatt-Rakete von der Soyuz-2-1a-Rakete unterscheidet. Da ich aber nicht clever bin, äh, muss ich jetzt mal kurz zu kugeln. Mein Gott, ich hab keine Ahnung, was der Unterschied genau ist. Ja, ist jetzt, äh, ja, ähm, ich, ich find den Unterschied jetzt gerade, den genauen Unterschied jetzt jedenfalls gerade nicht. Ja. Jedenfalls gab's ein Problem mal, äh, mit einem Progress-Transporter, mit einem Progress-MS-Transporter, äh, der von einer Soyuz-2-1a-Rakete gestartet wurde und, äh, anschließend nach dem Start außer Kontrolle geriet. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Ist nicht so, ist nicht so unendlich lange her. Und, äh, ja, da hat man offensichtlich herausgefunden, dass das Problem war, dass das Triebwerk zu plötzlich abgeschaltet hat. Oder zumindest eines der Probleme. Ähm, da hatte man eine Prozedur gefunden, dass das etwas, äh, dass man das etwas, äh, sicherer machen kann. Man hat, glaube ich, den Oxidator etwas eher abgeschaltet als den eigentlichen, äh, als den Treibstoff. Irgendwie 0,09 Sekunden oder so. Also, kleines bisschen halt. Und das hat schon ausgereicht, dass der Schub nicht zu plötzlich, ähm, nicht zu plötzlich, äh, nachgelassen hat. Und, äh, man ist dafür allerdings auf die Steuerung durch den Computer angewiesen. Und wenn der ausfällt, während das Ding halt gerade startet, äh, dann, äh, dann geht das halt nicht mehr. Und dann besteht dann halt doch wieder die Gefahr, dass irgendwie wieder was außer Kontrolle gerät. Und das will man halt nicht, äh, äh, das ist ein Risiko, dass man irgendwie nicht eingehen wollte. Und hat damit nochmal der Abschaltprozedur nochmal was geändert. Also, äh, ja, die Soyuz-Raketen werden nach wie vor, ähm, äh, nach wie vor, äh, geupdatet, um halt solche Probleme dann irgendwie zu lösen. Ja, also nach 60 Jahren immer noch nicht ausentwickelt. Nö, also wenn, ja, ich meine, wenn jetzt mit einem neuen, etwas verbesserten Soyuz-Raumschiff, beziehungsweise erstmal Progress-Transporter, ähm, neue Probleme auftauchen, dann, äh, muss man sich da halt nochmal reinsetzen, ne? Ob man will oder nicht, und, äh, man muss natürlich auch den Russen, äh, dann, äh, sagen, okay, ihr macht das irgendwie richtig, dass ihr erst, äh, ohne Besatzung testet. Und, äh, und, äh, während andere halt von Anfang an irgendwie Leute drauf gesetzt haben, so, äh, Space Shuttle und so, ähm, ist natürlich auch aus bitterer Erfahrung gewesen, ähm, gerade bei den, bei den, bei den Russen. Also, äh, wie gesagt, Soyuz 1, ne? Äh, äh, war tödlicher Unfall und, äh, Soyuz 11 genauso, ähm, was, glaube ich, auch irgendwie ein, war auch irgendwie ein merkwürdiges Ding. Es war auch, glaube ich, die erste Mission mit drei, mit drei Leuten an Bord, mit drei Kosmonauten an Bord, ähm, oder war es nicht die erste? Naja, müsste ich nachschauen. Ähm, ja, also, äh, da ist man doch deutlich vorsichtiger geworden. Es hat sich ja ausgezahlt, ne? Ja, schon lange keine Toten mehr auf jeden Fall. Ja, manchmal etwas, äh, manchmal etwas, etwas unschön von der Landung her, äh, hat doch bei manchen, äh, zu blauen Flecken geführt, aber, äh, nichts, von dem sich die Leute nicht irgendwann auch wieder erholt hätten. Mhm. War es das zu, zu, zu Soyuz? Wenn nicht noch was anderes draufsteht, dann war es das. Äh, ja, du hast ja mir hier nicht, äh, sehr ausführliche Notizen überlassen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen raten, wann du fertig bist. Ähm, ich mach mal eins meiner Themen. Nämlich, Worldview testet einen Flight Controller. Was ist Worldview? Worldview ist eine Firma, die, ähm, Stratosphären-Ballons, äh, baut und, äh, zur Verfügung stellt für Nutzlasten. Und, ähm, was die spannend macht, ist, dass die, äh, Missionen konzipieren wollen, äh, in Zukunft die sechs bis zwölf Monate dauern können. Also das, äh, man kennt das ja, so ein, so ein Höhenballon, der steigt halt irgendwann auf, bis er halt, ähm, gut gefüllt ist und dann fällt er irgendwann wieder runter. Und, äh, die haben den ersten, oder, also so, so ist ihre, ihre, äh, ihr Marketingsprech, ihr den ersten Flight Controller für seinen Höhenballon, äh, gebaut, der einen, eine aktive Höhenkontrolle dieses Ballons ermöglicht. Ähm, und sie haben jetzt den ersten, ersten Testflug da mitgemacht, ähm, ging über 27 Stunden und, äh, hatten da getestet, dass sie über 24 Stunden hinweg die Höhe erhalten können. Also, äh, Station Keeping nennt man das ja, ähm, also dass man, äh, dass man ein, ein gewisses, äh, gewisses Level hält und dort quasi die, die Science Payload irgendwie ihre Arbeit tun lässt. Und, ähm, sie sind auch auf 7,62 Kilometer, also 25.000 Fuß hochgestiegen. Das ist die Obergrenze für kommerzielle Flüge, die man steigen darf. Aber sie wollen, sie haben eine geplante Flughöhe von bis zu 27 Kilometern, also bis zu 90, äh, 900, nee, 90.000 Fuß. Und, äh, ja, was ist denn der Vorteil? Also warum, warum, äh, warum sollte man seinen Nutzlast auf einem, unter einem Ballon hängen, anstatt das auf einen Satelliten zu packen? Äh, die Anwendungen sind da nämlich ganz ähnlich. Es geht da um Erdbeobachtung oder auch, äh, Beobachtung außerhalb der Atmosphäre, also dass man halt so hoch steigt, dass wenig Atmosphäre zwischen einem selber und dem zu beobachtenden Objekt, wie zum Beispiel der Sonne liegt, ähm, kann natürlich auch Kommunikationssachen dranhängen, dass man irgendwie für das Militär irgendwie sehr schnell Kommunikationsmöglichkeiten, äh, aufbaut. Und, ähm, das ist auf einem, äh, zum einen natürlich wesentlich günstiger, äh, sie schreiben da was irgendwie von einem Prozent des Preises, was einen Satellitenstart kosten würde. Und natürlich auch wesentlich zuverlässiger und schneller machbar. Also so ein Satelliten, äh, da bist du halt ein paar Jahre dabei, bis du den mal in den Orbit bekommst, von, von der ersten Planung her. Und, ähm, so ein Ballon, das kann man in wenigen Monaten realisieren, je nachdem, wie gut die ausgebucht sind. Und natürlich ist es auch wesentlich, äh, zuverlässiger, ähm, was, was die Explosierbarkeit von dieser Sachen... Weißt du was, das wollte ich gerade ansprechen. Das steht nämlich nirgendwo, wie sie diese Höhenkontrolle, äh, machen. Aha. Ähm, ich hab tatsächlich auch gesucht, ähm, ich hab auf ihrer Webseite gesucht, Parabolic Arc hätte das ja dazu geschrieben, wenn, wenn die das machen. Das wollte ich gerade sagen. Die, da steht nirgendwo, wie sie diese Höhenkontrolle stattfinden lassen wollen. Ob sie das mit Ventilen machen oder... Also wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie mit, mit Kompressor oder so, dass die einfach eine, eine Leitung, äh, zwischen, also eine, eine, ja, einen Schlauch letzten Endes, äh, in den, äh, in den, äh, in den Ballon reingelegt haben und einen Kompressor haben und damit, äh, dann halt einfach bloß den Inhalt von, also das Gas in dem, äh, in den Ballon irgendwie komprimieren, äh, in, ja, Drucktank, äh, rein komprimieren und, äh, im Zweifelsfall dann wieder... Und, ähm, da rauslassen und damit halt das Volumen kontrollieren können, ich, schätze ich mal. Also, ähm, man sieht ja in diesem Parabolic Arc Artikel, dass sie da zwei Ballons haben, die so untereinander hängen. Es gibt hier einmal den Secondary Balloon und den Primary Lift Balloon, dass sie vielleicht dahin, da zwischen hin und her pumpen können. Genau. Ähm, vielleicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, also, ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, äh, auf ihrer Webseite schweigen sie sich darüber auch aus. Was ich auch noch ganz lustig finde, es gibt von der NASA ein offizielles, ähm, ähm, äh, ein offizielles Skala der, äh, Technology Readiness Level. Ja, äh, die, die kannte ich schon, die ist nicht neu. Ja, ich weiß, dass die nicht neu ist, aber ich hab sie zum ersten Mal entdeckt und ich find sie sehr lustig. Also, man kann tatsächlich, ähm, daran einschätzen, wie, äh, wie fertig, äh, oder wie ausentwickelt so eine Technologie ist. Wie fertig, äh, fertig mit den Nerven. Genau, also es fängt dann bei THL1 an, also, dass, äh, dass die grundlegenden Prinzipien dieser Technik, ähm, beobachtet und aufgeschrieben wurden. So, also, nach dem Motto, Antimaterieantrieb. Was? Antimaterieantrieb. Genau, also der Antimaterieantrieb ist gerade bei THL1 und dann geht's halt immer hoch, also, dass, dass Komponenten schon mal, äh, schon mal irgendwie am, am Steck, am Steckbord getestet wurden, also, dass wir das mal so grob zusammengesteckt haben. Da wäre man so jetzt auf gelbem Level und mit diesem Flug, ähm, hat jetzt, äh, Stratolite, also so heißt das Projekt von Worldview, ähm, dass, äh, die höchste, höchste Stufe von THL1, THL9 erreicht, dass das System, ähm, im, im Flug, äh, getestet wurde und auf, äh, und eine, eine Mission offiziell abgeschlossen hat und das hat Stratolite geschafft. Und ich finde es sehr lustig, dass, dass die NASA da so ein, ein, ähm, ein, ein Level, äh, ein Barometer sozusagen dafür ausgegeben hat. Ist natürlich sehr, also, ich, ich finde alle, alle Webseiten, alle so diese ganzen Space-Startups sollten wie so, ähm, kennst du noch Web of Trust, wo dann so eine, oder so hier, äh, TÜV oder hier, äh, Vertrauenssiegel, also, was man halt auf so Webseiten hat, so, äh, immer ganz vorne, ganz oben rechts sollte immer das THL-Level von diesen ganzen Projekten stehen, damit man sofort weiß, ob das Vaporware ist oder ob das funktioniert. Also, ich finde es, äh, ja, so ein bisschen wäre das manchmal nicht schlecht. Genau, also, wenn dir jemand mal so ein Web-Plugin für programmieren kann, so ein Chrome-Plugin, wo bei, bei diesen ganzen Space-Startups sofort das, das Technology-Readiness-Level dabei steht, damit man sofort weiß, wo man dran ist, das wäre schon sehr praktisch. Ja, äh, da, da melden sich ja auch immer wieder Neue hier zu Wort, also, ähm, hatte ich ja, hab ich ja auch mit aufgeschrieben, mal kurz, äh, einfach bloß, weil sie es getestet haben, ne, äh, Up Aerospace, äh, also wie der Film, ne, Up Aerospace, äh, ist eine Firma, irgendeine kleine Klitsche in Amerika, die, ähm, äh, im Wesentlichen Höhenforschungsraketen gebaut haben bis hierher, und, äh, die haben halt ein Video veröffentlicht vom, äh, Test, äh, von einem, äh, Feststoffraketenmotor, mit dem sie dann ihre Spider-Rakete, äh, ja, halt starten, ausrüsten wollen und damit dann irgendwie, äh, orbitale Missionen fliegen können, ähm, und, äh, da, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie dann ungefähr auf Level 6 werden, weil, ich weiß nicht, ob sie es, ob sie es flugqualifiziert haben schon, oder ob das erstmal bloß der System, Test war, also Level 6 ist ja System, Subsystem Model or Prototype Demonstration in a relevant environment, ground or space, ne, also würde ich denken, so, also Bodentest von Feststoffbooster, äh, kommt ungefähr dahin, ne, also ich, äh, wir können, wir können auch sagen, TRL 7 ist ja dann, äh, das Systemprototyp Demonstration in einem Weltraum, in einer Weltraumumgebung. Also, um das mal zu vergleichen, der Grasshopper von SpaceX war TRL 6, und dann, äh, wenn, als die Rakete dann den Weltraum erreicht hat, war es dann TRL 7. Äh, äh, so ungefähr, naja, ist halt nicht, ist halt nicht, äh, in den Weltraum geflogen, aber es ist halt in der typischen, äh, in dem typischen, in der typischen Umgebung, wo das Ding halt geflogen ist, ne. Ja. So, ähm, dann halt 6 und dann flugqualifiziert, äh, durch Test und, oder Demonstration, äh, ist dann halt 8 und dann, ja, erprobt ist dann halt 9. Genau, also diese Skala, die kann man sich vielleicht mal ausdrucken und irgendwie einen Computer heften. Ja, ein bisschen, ein bisschen uneindeutig ist es natürlich, aber ja. Ja, immer so ein bisschen, so ein bisschen Interpretation muss ja dabei sein, aber kann man vielleicht auch für eigene Projekte benutzen, dass man sagt, wir gehen ja nach der offiziellen NASA-TRL-Skala, wenn man so Projekte entwickelt, ähm, und schaut, Wenn man Anträge schreiben will. Genau, wenn man Anträge schreiben will oder, keine Ahnung, äh, irgendwie, äh, Abwasch macht, äh, bei welchem, bei welchem TRL-Level man beim Abwasch ist, ob das in einem relevant Environment schon mal getestet wurde, das Spülmittel. Ja. Also sind die, die Möglichkeiten sind da unendlich. Jo, okay. Sehe ich ein, äh, äh, lustig. Also, äh, bitte jeder ausdrucken. Ja. So, jetzt, 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 jetzt haben wir hier zur, jetzt haben wir hier zur, äh, zur Papierverschwendung, äh, aufgerufen. Na toll. Ja, ihr könnt es euch auf euer iPad ziehen oder, äh, von Hand abschreiben. Genau. Äh, dann hast du aber immer noch Papier. Äh, also bitte Tontafel. Bitte in, in Steinmeißeln. Genau. Bitte in Steinmeißeln. Also, ähm, ja, halt wie gesagt, ab Aerospace, äh, irgendwie, ähm, Interstellar, nee, wie heißen sie gleich, äh, Interorbital Systems, äh, hat auch geschrieben, ja, sie testen jetzt ihre Rakete, äh, mit, äh, Wasser, letzten Endes. Also, äh, dass man halt die, die Rakete, weil ist ja irgendwie, ähm, Druck gefördert und hat halt die Tanks nicht mit normalem Raket, äh, Raketentreibstoff, äh, befüllt, sondern erst mal mit Wasser, um zu gucken, ob das Ding auch dicht ist, äh, auch bei dem Druck dicht ist. Also, Rakete mit Wasser testen kann ich auch, das nennt sich dann, äh. Ja, es ist, ist statischer, es ist ein statischer Test. Also, es ist schon, äh, machen wir es nicht zu lächerlich, das macht jeder. Also, das, das macht wirklich jeder, der, der ernsthaft mal eine Rakete bauen will, äh, der füllt irgendwann mal die Tanks mit Wasser und guckt, äh, ob, ob sie auch halten. Ob's raustropft. Ja, so ungefähr, ne. Ob's raustropft oder ob dir das Ding um die Ohren fliegt, weil, ähm, wär blöd, ne. Ist besser, wenn da Wasser drin ist, als wenn da irgendwie, äh, äh, hochkonzentriertes Salpetersäure drin ist oder so. Ja, im Grunde hast du ja auch Raketen, die, die auch wirklich mit Wasser dann fliegen, aber halt, äh, dekonstruiertes Wasser sozusagen. Ja, ja, genau. Du hattest mich noch auf eine Firma hingewiesen, die Linkspace sich nennt, ist ja auch so im Bereich Newspace angesiedelt. Ja, äh, Newspace halt in China, äh, hat, äh, die China-Adresse linkspace.com. Warte kurz, ich gucke mal, was Newspace in Chinesisch heißen würde. Och, frag mich nicht, äh. Deswegen frage ich auch Google. Ey, wenn ich jetzt wüsste, was Weltraum wieder auf Chinesisch heißt, äh, dann könnte ich's dir sagen. Irgendwas mit Chin. Warte kurz, chinesisch, also Newspace vereinfacht, bitte. Übrigens auf Twitter, Linkspace-China. China. Genau. Äh, Xin, Jin, Kong, Jian. Warte kurz, vielleicht kann die schlaue Frau im Computer das besser aussprechen. Xin, Kong, Jian. Xin, Kong, Jian. Ich war näher, ich war schon recht nah dran. Ja, okay. So auf die Betonung. Ja. Genau, äh, was macht Linkspace? Äh, Linkspace baut Raketen. Wer hätte das gedacht? Surprise! Ich rede über, über, über Firmen, die die Raketen bauen. Das, das, damit hat echt keiner gerechnet. Ähm, ja, also eine Rakete, die sie New Line 1 nennen. Äh, Höhe 20 Meter, Gewicht 33 Tonnen, also so Größenordnung Falcon 1 Rakete von SpaceX. Und soll, äh, Nutzlast von so 120 bis 200 Kilogramm haben. Was, äh, was, äh, erheblich niedriger ist als die Falcon 1 Rakete. Die war irgendwie beim gleichen Gewicht, irgendwie bei 600 Kilogramm. Aber, sie soll dafür, ähm, wiederverwendbar sein. Genauso wie die Falcon 9 Rakete. Ähm, und, äh, die sieht auch genauso aus. Falcon 9 Rakete in klein. Also, äh, sieht wirklich aus wie ein bisschen, wie so ein bisschen abgekupfert. Jetzt, jetzt natürlich die Gretchenfrage. Welches TRL Level? Ähm, äh, 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 die sind, glaub ich, bei der 5 oder bei der 6. Irgendwo da. Also von, äh, Orange bis Gelb. Äh, System, Subsystem, Modell oder Prototyp-Demonstration. Ja. Ja, 6. Äh, ich würd die 5, ich würd mal, ich würd noch zur 5 tendieren. Okay. Aber was ist in der Größenordnung? Das ist, das ist eine gute Skala. Ich glaub, die verwenden wir jetzt immer. Ja, können wir mal, können wir mal schauen. Also, du musst sie ja nicht verwenden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber ich kann's auf jeden Fall versuchen. Dafür bin ich ja da. Ja. Ähm, Preis, äh, sagen sie auch so, so geschätzt halt, ne? Ähm, die sagen also, ähm, ohne Wiederverwendung, äh, geschätzt unter 30 Millionen Yuan. Ich sag immer 1 zu 10, ich glaub, es ist irgendwie 1 zu 9 oder so, ähm, also ein bisschen mehr als 3 Millionen Euro. Ähm, und wiederverwendbar unter 15 Millionen Yuan, also so, so 1,6, 1,8 Millionen, äh, Euro für einen Start von, naja, irgendwas um die 150, 200 Kilogramm. Okay, ist das jetzt viel oder wenig? Das ist ziemlich, das ist ziemlich günstig, ziemlich verdammt günstig. Also, ähm, wenn man sich so die Electron Rocket, äh, Electron, äh, Rakete anschaut von, von Rocket Labs, äh, die hat, glaub ich, die gleiche Nutzlast, so der Größenordnungs, ja, Größenordnungsmäßig war das so ungefähr das gleiche, äh, kostet aber 5 Millionen. Okay, ja, ja, ähm, ja, ähm, naja, äh, die haben einen erheblichen Nachteil, nämlich, das Ding fliegt noch nicht. Ja, das ist ein Nachteil. Das ist ein Nachteil, ne? Mhm. Ähm, also, zurzeit, äh, zurzeit wird die noch getestet, so, äh, äh, halt am Boden, am Kran hängend, ähm, damit sie nicht wegfliegt. Naja, also, ich, also, Spiebetests halt, ne, also. Warte, warte, fang. Ist jetzt auch nichts Lächerliches, weil. Ich stell mir grad, ich stell mir grad eine Rakete an der Hundeleine vor, die man so gassig führt. Oh, da gab's auch irgendwann mal so ein, da gab's tatsächlich mal irgendwann einen Cartoon, den jemand gemalt hatte, auch mit jemandem, der dem ständigen Rakete hinterher lief. Oh Gott. Also nicht lief, äh, äh, schwebte. Die schwebte einfach so von alleine, ich hab keine Ahnung. Ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, man kennt das, also, ähm, Masten Aerospace und so weiter. Ja, und, äh, SpaceX hat das auch gemacht mit den Dragon. Ja, ist auch nicht verwerflich, also. Ja, ist nicht, ist nicht verwerflich. Ich fand so sehr lustig, das Bild. Ja, äh, glaub ich. Ja, also, die sind auf jeden Fall dabei, sind, sind bei der Entwicklung und, äh, ist jetzt die große Frage, äh, ob was da, wann da was rauskommt. Also, zurzeit sind sie gerade irgendwo in Riyadh, haben gestern ein Bild aus Riyadh, äh, von irgendeiner, irgendeiner, äh, Konferenz. Wir wollen, ist in Riyadh irgendeine Konferenz? Ich hab keine Ahnung. Kann doch sein, dass das einfach bloß Geschäfts, äh, nee, sieht irgendwie nach Konferenz aus, weil die Leute tragen so, so, so lustige, äh, so lustige Konferenz-Badges, ja. Lanyards. Ja. Okay, ja, kann auch sein, dass die Saudis irgendwie da interessiert dran sind. Ähm, wahrscheinlich Geschäftsfass. Ist Riyadh Saudi-Arabien oder United A? Sag mal, wie gesagt, das ist so eine, äh. Oder Emirate. Verwechsle ich immer. Das ist Saudi-Arabien. Okay. Also Riyadh ist die, äh, Hauptstadt von Dings. Ja. Also, ähm, wie das halt bei chinesischen, äh, Firmen so ist, ich hab keine Ahnung, wie die genauen Besitzverhältnisse sind. Äh, das kann sehr gut sein, dass das irgendwie der, äh, äh, dass das irgendwie eine Ausgründung von einer Ausgründung oder, also nicht mal eine Ausgründung, irgendwie eine, eine Subfirma von einer Subfirma von irgendeiner statischen Firma ist oder sonst irgendwas. Äh, ja, ich hab keine Ahnung, wo, was die genauen, sorry, äh, Lutz, äh, Grüße, ja. Ähm. Wom geht's? Ich hab, ich, ich, der, der, der Lutz, der beschwert sich andauernd, äh, dass ich keine Ahnung sage. Ähm. Du hast keine Ahnung von den genauen Details, so grob hast du ja schon ein bisschen Ahnung. Kann man schon ein bisschen genau. Ja, ja, grob hab ich keine Ahnung, aber wie gesagt, so, so grob hab ich wirklich in dem Fall, äh, ich weiß nicht, wie die Besitzverhältnisse sind von Link Space. Ähm. Du hast doch nicht keinen Grundbuch-Eintrag von Link gesehen, oder wie? Genau, so ungefähr. Also bitte schreibt böse Kommentare, weil ihr jetzt genau wissen wollt, wie die Besitzverhältnisse von Link Space sind. Äh, wir fordern dann bis zur nächsten, nächsten Episode ein, ein genauen, ein genaues Organigramm dieser Firma ein. Genau, ähm, ja, ist auch nicht der einzige, so, so, mehr oder weniger halb private Firma, die, äh, irgendwie in China unterwegs ist. Also da gibt's diverse. Ja, war ja jetzt erstmal hier große Volksversammlung in China. Ähm. Ähm. Neu auf dem Jahresplan. Xi Jinping Thought. Irgendwie auf Englisch übersetzt. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt auf Chinesisch genau hieß. Aber, äh, die, die offizielle Staatsdoktrin hat man ausgegeben und man hat sie nach Xi Jinping benannt, äh, was ein bisschen bedenklich ist. Äh, so ein kleines bisschen Personenkult. Okay. Gefahr wird dort, äh, gesehen und ich, äh, ein bisschen schwer von da anzuweisen. Ja. Ähm. Ja, ich folge ja hier, äh, The People's Daily, ähm, die jetzt irgendwie, die geht's gerade eben. Wegen den Panda-Bildern, ja. Wegen den Panda-Bildern. Das Schlimme ist, das ist ernst gemeint. Hast du das, hast du das Foto gesehen von dem Panda, der wartet, dass sein Käfig gemobbt wird? Äh, das muss ich dir dann schon noch verlinken. Das ist, also, The People's Daily, das ist zwar ein bisschen China-Propaganda, aber die sind auch sehr, sehr gute Twitter-Account, also, haben gute, gute Berichte auch manchmal. Die sind tatsächlich in den Nachrichten sehr oft, sehr oft schneller, auch mit europäischen Nachrichten sehr oft schneller als die europäischen Medien. Ja. Das, das ist, äh, durchaus erstaunlich. Die haben jetzt auch. Und zwar ohne, ohne dabei, äh, ernsthaft unzuverlässig zu werden. Also, äh, ist schon, ist schon sehr beeindruckend, was die da leisten. Ja, ne, auch sehr konsistent. Also, ich, also, was mich ja immer stört, ist so ein bisschen, ähm, wenn grad so, äh, Aber die verbreiten definitiv auch chinesische Propaganda. Das ist klar. Keine Frage. Ne, das ist klar. Aber was mich auch so ein bisschen stört, wenn dann so, so Nachrichten-Accounts, äh, so Artikel versuchen zu pushen. Also, so ein Artikel, der schon irgendwie ein Tag alt ist, der jetzt nochmal verlinkt wird, weil der nochmal gelesen werden soll. Und The People's Daily ist ja wirklich sehr konsequent, was so Neuigkeitswert angeht. Ähm, die haben halt, äh, jetzt, was ich ganz interessant finde, das werde ich mal nochmal durchlesen, die haben jetzt so Kurzbiografien von diesen ganzen, äh, Führern der chinesischen Riege da vom Politbüro vertwittert. Hast du das gesehen? Heute? Oha, vielleicht, keine Ahnung. Also, ähm, es ist natürlich, muss man natürlich mit einem Körnchen Salz, äh, oder mit einem, einem, einer ganzen, ganzen Prise an Körnchen von Salz, äh, nehmen. Aber ich finde das halt, also, wenn man sich dem bewusst ist, dass das jetzt hier, hier, äh, kein, äh, kein wirklich unabhängiges Nachrichtenmedium ist, äh, dann ist das schon irgendwie so ein guter Twitter-Account. Also, ich folge dem sehr gerne. Ja. Also, wie gesagt, es ist ein, es ist ein staatliches Ding, aber, äh, dem sollte man sich bewusst sein, aber es ist dann halt auch entsprechend, äh, ja, es ist halt genau die Nachrichten, die der Staat gerne verbreiten möchte. Und wenn man sich dafür interessiert, äh, was in China so, so verbreitet werden will, dann, äh, ist das durchaus lohnenswert und, äh, ist in der Beziehung dann natürlich halt auch zuverlässig, weil halt, es ist zuverlässig genau das, was die wollen. Ja. So, fertig, ne, äh, genauso wie halt zuverlässig, äh, was weiß ich, wenn man irgendeine Firma folgt, äh, also SpaceX verbreitet ja auch genau das, was sie, äh, verbreiten wollen. So ein bisschen wie, wie Pravda lesen in der, in der Sowjetunion. Ja, äh. Kennst du nicht, Pravda? Die Wahrheit? Hm, ja, ja, doch, kenn ich. Ähm, ich, 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 ich hab's ja halt selbst nie gelesen. Achso, ja, okay. Also ich hab das auch keine, ich hab die, hatte die auch nie im Abo, aber als Historiker liest man ja doch die ein oder andere Ausgabe davon. Ja, nee, mir, mir fehlt einfach der Vergleich. Also ich, ich kann da einfach, ich kann mich dazu nicht äußern, weil mir einfach... Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Pravda auch einen ähnlichen Twitter-Account haben würde. Hm. Jo. Oder, also ich find, ich find halt, dass, dass, ähm, äh, entschuldige uns diese Exkursion, aber ich, ich weiß ja auch, dass viele das mögen, wenn wir so ein bisschen abschweifen. Ähm, ich finde, ähm, The People's Daily ist halt nicht so krawallig wie zum Beispiel Russia Today. Ja, genau. Also das ist halt so. Die haben nicht so Verschwörungstheorien oder so. Auf jeden Fall hab ich keine gesehen. Sondern... Ja, sie verbreitet manchmal sehr komisches Zeugs im Sinne von so traditionell chinesisch Medizin, äh, die kommt da sehr häufig vor. Ja gut, aber es ist ja jetzt, äh, was halt so ein bisschen, das ist halt so dieses Nationalistische Leider. Kannst du auch von der Techniker bekommen. Ja, genau. Ja, ähm, ja, das, das ist auch bei denen mehr oder weniger nationalistisch begründet. Ja, ja. Also, äh, was halt auch das Problem mit Xi Jinping ist, ne? Ja, äh, wie ist der so? Kennst du, hast du da irgendwie eine Meinung zu dem? Ich hab ja da keine Ahnung. Ich hab da, ich hab da keine feste Meinung. Ich hab auch alles bloß aus dritter bis vierter Hand und so, äh, von daher ist das ein bisschen komisch, äh, aber, äh, er soll wohl doch, äh, relativ rigoros sein und, äh, relativ, halt, halt, äh, ja, das Ganze mehr in Richtung Überwachungsstaat und so ein bisschen mehr kommunistisch, aber mit halt, mit kapitalistischen Einschlägen und bla, äh, irgendwie so komisches Ding. Also, es ist, äh, ja, wie halt, wie sie halt immer sagen, ne, äh, Sozialismus mit chinesischer Prägung. Ja. Oder wie auch immer. Aber ich bin jetzt grad noch mal auf diesem Twitter-Account und ich verzwitterte auch so Sachen wie, dass hier der Albert Einstein-Brief über seine Theorie von, äh, von Glück, äh, für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Ähm. Und dann halt, es war jetzt halt letzten Wochen viel über diesen Parteitag, jetzt muss ich nochmal dieses Panda-Bild raussuchen, das, das musst du nochmal sehen. Ähm. Siehst du, das funktioniert, also, äh, muss man, äh, ich, ich bin mir sicher, die machen das genau aus dem Grund. Jaja, das ist Taktik, aber. Das ist absolute Taktik, aber das Dumme ist, es funktioniert. Äh, furchtbar. Ähm. Warte hier, ich hab's, ich hab's, warte, ich schick's dir, ich schick's dir per DM. Und ich, äh, für die, für die Hörer, Hörerin zu Hause, ähm, auch nochmal in die Shownotes, weil das Bild ist wirklich sehr, sehr niedlich, auch, auch im Vergleich zu anderen Panda-Bildern. Weil der Panda sitzt da, hat so die, hat so ein bisschen die, die, die Füße so ein bisschen hochgezogen, wie man halt, also wenn, wenn halt Mutti bei einem Staub saugt im Kinderzimmer, dann sitzt man halt auch auf dem Bett und zieht die Füße ein, damit sie, damit man drüber drankommt. Und es ist halt wirklich sehr niedlich. heißt, die haben, die haben eine Unzahl an Panda-Bildern, weil die haben halt in China auch in den Zoos überall Pandas und ziemlich viele und, äh, äh, werden auch gerne mal die Babys irgendwie, äh, äh, trapiert und platziert und bla und, äh, ja, wie das halt so ist, ne? Ja, nee, aber die haben auch, die haben vor allen Dingen auch internationale, äh, internationale Nachrichten, äh, wo man dann auch manchmal eine andere Perspektive, einfach bloß aus einer anderen Ecke das halt sieht, ne? Und, äh, das ist halt, äh, interessant, ne? Also, man sieht halt irgendwie nochmal eine andere Perspektive von, von Nachrichten und, äh, das ist nicht, nicht notwendigerweise bloß deshalb falsch, weil es aus China kommt. Ähm, ja, das ist halt, ja, das ist halt kritisches Lesen, muss man dann halt können, ne? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, äh, was wollten die in der Schule lernen? Medien. Medienkompetenz. Medienkompetenz, kann man da üben? Genau. Also, mach mal, ne? Liebe, liebe, liebe schulpflichtigen Hörerinnen und Hörer, die wir haben, ähm. Insofern ihr gut Englisch könnt. Ja, das können die ja, die, weißt du, die schauen mit fünf Stunden Minecraft, also das ist ja, äh. Äh, äh, ja, also Hausaufgabe, äh, äh, People's Daily. Genau, sagt, 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 äh, sagt euren Eltern und Familie, dass, dass ihr einen Podcast hört, wo chinesische Staatsmedien empfohlen werden. Genau. Das, das ist gut für unsere Reputation. Total. Juhu. Genau. Wir kriegen ja hier von wieder die Kurve, oh je, das wird wieder so eine Folge, ich weiß schon, da kriege ich, kriege ich wieder böse Anrufe vom Intendanten. Ähm, ach so, äh, von, äh, von, äh, von chinesischem Staat kommt, kommen wir zum amerikanischen Kapitalismus. Äh, SpaceX, ha, ihr habt gedacht, ihr kommt heute drumrum, aber nein, wir haben auch ein SpaceX-Segment. Ähm, ich fang mal an mit, äh, Iridium, die, äh, von neuen Boostern auf gebrauchte Booster wechseln. Das ist ja ganz interessant, mh, dass, ähm, diese ganzen gebrauchten Booster, die ja vor einem Jahr noch sowas waren, so, uh, ob das funktioniert, aha, sind ja schon mittlerweile Alltag bei SpaceX geworden, wollen ja, soweit ich das weiß, auch, ähm, aufhören, irgendwann Falcon 9 Booster zu produzieren und erst mal, äh, das wurde irgendwie dann auch ein bisschen wieder zurückgenommen, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie jetzt wirklich sowas, was man ja sonst nicht hat bei Raketenfirmen, so eine Art Fuhrpark. Also, dass man halt Raketen vorrätig hat. Und, ähm, damit, äh, Iridium. Ja, wobei, wobei das ist eigentlich relativ normal, also, ähm, Raketen wären grundsätzlich, eigentlich nicht grundsätzlich, ähm, äh, in Amerika war es eine Zeit lang so, dass man die wirklich bloß so on demand, äh, bestellt hat und dann wurde das alles furchtbar teuer. Äh, und dann hat man gesagt, äh, wir machen Blockbuys. Äh, so heißt, man hat halt immer so gesagt, okay, wir bestellen jetzt mal 30 Stück. Äh, insofern, äh, wurden die durchaus so auf Vorrat gebaut. Also, das war durchaus normal. Okay. Aber, äh, ja, man hat jetzt halt einen Vorrat aus, äh, schon geflogenen Raketen, was jetzt, äh, was tatsächlich was völlig Neues ist. Ja, genau. Und, ähm, die wollen ja auch, also, dass, dass das auch gar nicht mehr günstiger ist, sondern, dass es halt einfach der normale Preis ist, äh, äh, ob man jetzt eine neue oder eine alte Rakete fliegt, ist ja, also, im Grunde, im Grunde nähern wir uns jetzt hier so dem, dem, also, du hast ja auch, kriegst auch keine Vergünstigung, wenn du einen LKW benutzt, äh, für deine Fracht, der schon dreimal hin und her gefahren ist. Ähm, genau. Also, so nach dem Motto. Ja. Ob der jetzt 3000 Mal oder schon 10.000 Mal gefahren ist, das ist dann auch noch egal. Genau. Und es ist ja, also, ich glaube, man kann es sogar fast eher mit Flugzeugen vergleichen. Äh, die werden ja auch, also, immer wieder auseinandergenommen und neu zusammengebaut. Und da, das macht es im Grunde keinen Unterschied, ob das Flugzeug gerade aus der Fabrik gerollt ist oder schon 10 Jahre fliegt, das ist immer noch gleich gut. Ja, äh, in gewissen Grenzen. Also, die haben, äh, nur eine begrenzte Anzahl an, äh, an Druckzyklen, die sie übergeben. Ja, genau. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich bei Falcon 9 Boostern nicht unähnlich sein. Genau. Äh, deswegen sagt man ja auch bei den, äh, Block 3 Raketen, da haben wir die Blöcke wieder. Bei den Block 3 Raketen sagt man so, naja, ein-, zweimal kann man sie wiederverwenden. Äh, bei den Block 4 Raketen heißt es dann schon 10 Mal. Oh, und bei den Block 5 Raketen muss man dann abwarten. Oder waren das die Block 5 Raketen, die man ziehen? Ja, ich glaube, äh, ja, bei den Block 5 Raketen, da hieß es, äh, 10 Mal und nur mit Inspektion und, äh, danach halt irgendwie einmal aufarbeiten und dann halt wieder 10 Mal und das insgesamt 100 Mal oder so. Also da, da hat man durchaus, äh, einiges vor. Ja. Und, ähm, ihr, damit Iridium in ihrem Fly, äh, ihrem, ihrem Zeitplan, äh, sein kann, weil die sind ja gerade, äh, im Begriff ihrer Flotte zu erneuern mit den Iridium-Nex-Satelliten, die nicht mehr glänzen. Das ist ja sehr schade, dass wir über, dass wir über, mittelfristig die Iridium-Flares verlieren werden vom Nachthemmel. Ja, äh, die ja von der Antenne kamen. Also die hatten so, so platte Antennen gehabt, die halt, äh, gerade richtig standen und dann das Licht, äh, reflektiert haben. Ähm, ja. Genau, und, ähm, das war einfach eine ganz interessante Meldung, dass die jetzt tatsächlich von neuen Boostern auf, äh, gebrauchte Booster wechseln. Und ich glaube, da noch nicht mal irgendwie eine große Vergünstigung für bekommen. Das ist einfach so ein Zeitplan-Ding. Ja, ähm, apropos Vergünstigung. Vergünstigt bekommt natürlich, äh, Och, wie heißen die Dinger? Äh, wie, wie, wie hieß, wie hieß die Firma, äh, die die Amos-Satelliten gebaut hat, diese israelische Firma? Oh, 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 äh, warte kurz, Amos 6. Ah, ich komm grad nicht drauf. Amos 6, äh, war ja der Satellit, der verloren gegangen ist, als letztes Jahr die, äh, Falcon 9-Rakete beim Test explodiert ist. Äh, Israel Aerospace Industries. Oh, okay, ganz leicht. Ja. Ähm, ja, ähm, und die bekommen jetzt, äh, äh, zwei Starts vergünstigt. Also der erste einfach bloß als Ausgleich. Äh, für den, für den zerstörten Satelliten. Also das hatte ja SpaceX sofort versprochen. Und, äh, den zweiten für 50 Millionen Dollar. Ja. Und, äh, also den zweiten wohlgemerkt. Also, äh, soll heißen, obwohl die einen, äh, Satelliten, äh, verloren haben, äh, bei einem Test, wo die Rakete mal eben explodiert ist auf dem Boden, äh, haben die so viel Vertrauen in SpaceX, dass die jetzt nicht nur, äh, äh, den kostenlosen Ersatz mitnehmen, äh, sondern auch gleich nur einen zweiten in, in Auftrag gegeben haben. Also, äh, scheint da, scheint da die Vertrauensbasis, äh, nicht zu nachhaltig erschüttert worden zu sein. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist einfach, ähm, äh, sitzen da einfach Ingenieure und, äh, die haben sich das angeschaut und haben festgestellt, dass SpaceX im Großen und Ganzen schon weiß, was sie, äh, wissen schon, was sie tun. Ähm, und haben vor allen Dingen gesehen, dass jetzt 15 Flüge hintereinander geklappt haben in diesem Jahr. Also, ich glaube, man kann es ganz platt auch sagen, dass es einfach the risk of doing business ist ja alles versichert und dafür, also, passiert halt in der Raumfahrt. Apropos versichert, äh, da gab es ja auch so jetzt diese Diskussion, da gab es ja diesen, äh, diesen Artikel in, äh, Space Intel Report, ne? Habe ich nicht gelesen, aber ich hoffe, du. Äh, ja, habe ich, äh, aber die, die Frage ist jetzt, ob ich den wiederfinde. Jedenfalls in den Text steht, äh, grob gesagt, äh, ja, Protonraketen kann durchaus sein, dass die sich nicht mehr lohnen werden, weil die Versicherungsprämien, äh, extrem hoch sind, also im Sinne von, äh, irgendwas um die 12 Prozent, während, ähm, Ariane und, also die, ja, Ariane-Raketen und Falcon 9-Raketen eher so um die 4 bis 5 Prozent bezahlen. Ich glaube, Falcon 9, 4 bis 5 und Ariane 5 irgendwie so, so, äh, 3 bis 4 Prozent Versicherungsprämie. Ähm, und ja, äh, da regte sich dann halt, äh, ein offensichtlich, äh, Russlands sehr zugeneigter, äh, Mensch drüber auf, äh, dass das doch völlig unfair ist und dass niemand, äh, die, die Versicherungsraten von, äh, von, äh, SpaceX, äh, erklären kann, äh, im Vergleich zur Protonrakete und so. Ähm, ja, das Dumme ist, wenn man mal, äh, durchrechnet, ist es halt so, die Protonrakete, äh, hat eine Fehlerquote von ungefähr 10 Prozent, also die hatten neun, äh, vollständige Verluste und einen teilweise Verlust, äh, in den letzten 102 Starts oder so. Also ungefähr 10 Prozent und, ähm, ähm, ich sage mal, dann sind 12 Prozent Versicherungsprämie durchaus zulässig, ne? Ja, weil du hast halt, musst zusätzlich noch ein bisschen die, äh, äh, die Inflation ausgleichen und sowas und dann kommst du halt auf 12 Prozent. Ja, ist so, äh, ist durchaus realistisch und, naja, ähm, die Falcon 9 Rakete hatte jetzt, äh, 43 Starts, glaube ich, äh, davon waren zwei, die halt, äh, verloren gegangen sind, aber nur eins davon war ein Versicherungsfall, zumindest für die Versicherung, die die Starts versichert, Weil Amos 6 war ja, ähm, äh, äh, war ja versichert als, als Transportschaden sozusagen, äh, weil es hat nicht gestartet. Ja, da war doch so ein letztes Hickhack, wer jetzt, welche Versicherung jetzt da greift, weil es war ja schon eine Rakete, aber ist ja noch nicht geflogen von dem her. Ja, ja, da gibt's eine klare Definition und die sagt, äh, äh, gestartet ist die Rakete erst, äh, wenn die Raketentriebwerke gestartet werden, mit der Intention, die Rakete zu starten. Also nicht, wenn sie Test feiern. Genau, genau. Und damit war völlig klar, okay, das gehört alles zur Transportversicherung dazu. Ja, und die hatten bis dahin kein Problem damit gehabt, das hat sich dann wohl geändert. Weil SpaceX, äh, testet die, testet die Raketenstufen jetzt wieder ohne, äh, Nutzlast. Also, die hatten das irgendwann eingeführt, damit's etwas schneller geht, ne, die haben dann irgendwie in ihrem Prozess zwei, drei Tage eingespart. Also, die hatten da schon guten Grund und, äh, es ist halt bis dahin auch noch nie irgendwas schiefgegangen in der Richtung. Äh, also weder bei denen noch bei sonst irgendwem. Und so völlig unvernünftig war das nicht. Es war halt nur so, dass, äh, dass halt, äh, da so eine, eine, äh, Druckflasche, eine Heliumdruckflasche, ähm, äh, kaputt gegangen ist. Weil, äh, weil, äh, der Inhalt ist hier, der Heliumflasche so kalt war, dass der, äh, Sauerstoff da gefroren ist unter den, unter dem, äh, Geflecht an Kohlefasern, die die, äh, die die Druckflaschen, äh, zusammenhalten sollen. Und dem Druck innerhalb der Druckflasche entgegenwirken sollten. Und, äh, ja, hat das ganze Ding dann halt gesprengt, was ein bisschen ungünstig war. Klein wenig. Tja. Ja, äh, wie gesagt, aber für die, für die Protonrakete, äh, ganz klar, also Riesenproblem. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, es kann halt auch nicht sein, dass du eine Rakete hast, die zuverlässig, äh, alle zehn Starts oder so, äh, einmal kaputt geht. Also, das war halt von Anfang an klar, irgendwie, irgendwie hat die Protonrakete ein ganz ernsthaftes Problem. Und wenn die jetzt nicht, äh, eine ganze Reihe von zehn oder zwanzig Starts haben, äh, wo dann halt mal nichts schief geht, äh, möglichst mehr als zehn Starts, also wirklich eher so zwanzig, ja, dann, dann wird halt, dann werden halt die Versicherungsraten entsprechend wenig sinken. Also, das ist, äh, deren eigene Schuld, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Ähm, du hattest ja noch was zu Elon Musk aufgeschrieben. Ja, der hatte ein Arma gemacht, ein, ein Reddit, äh, Ask Me Anything, also, äh, bitte fragt mich doch einfach mal alles. Was der ja schon letztes Jahr gemacht hat nach seinem Vortrag. Genau, ähm, ja, äh, da war so einiges dabei. Ähm, ja, also, wie, äh, zum Beispiel, ähm, die Landung von dem, von dem Raumschiff, äh, äh, wird ja dann genauso stattfinden wie bei der Falcon 9 Rakete. Und jetzt kam die Frage auf, wird das wieder so ein Hover Slam, soll heißen, ähm, äh, kommt die mit großer, also kommt die mit großer Geschwindigkeit am Boden an und wird dann mit, äh, voller Kraft abgebremst und ganz schnell, äh, zum Stehen gebracht. Und da meinte er, naja, nee, nicht so richtig schnell, das, äh, äh, es ist zwar schon noch so, dass die, dass die nicht, äh, über dem Boden schwebt, aber, ähm, irgendwie sind nur 1,3 G an Verzögerungskräften. Also 0,3, was tatsächlich abgebremst wird, aber es kommt ja noch 1 G durch die Gravitation dazu. Ja, ähm, er meinte auch, äh, der Grund, warum das Raptor-Triebwerk jetzt nur noch rund 70 Tonnen Schub hat anstatt von 300, äh, ist we chickened out. Nö, also, ja, dann hat er halt gesagt, nee, machen wir mal doch nicht so groß, letzten Endes, ähm, ja, und, äh, man will sich halt im Wesentlichen auf die, äh, auf die Zuverlässigkeit des Ganzen, äh, konzentrieren. Ähm, ja, äh, und man hat das, man hat das Raptor-Triebwerk, äh, es ist nicht hundertprozentig klar geworden, ob das jetzt, äh, äh, schon die endgültige Größe ist, also, ich glaube, es war irgendwie so ein Test-Triebwerk oder Evaluation oder irgend sowas, also, es war noch kein Flugtriebwerk. Das ist irgendwie rumgekommen, also, es, äh, es gibt da so verschiedene, äh, verschiedene, ähm, ähm, Stufen halt, ne, äh, du kannst halt, äh, einmal so ein Triebwerk, das die gleichen Komponenten hat, also subscale, also kleiner als das, was du am Ende haben willst. Das hatten die ja schon letztes Jahr getestet, äh, dann kannst du das, äh, Triebwerk testen schon in Originalgröße von den meisten Teilen, aber noch nicht unbedingt so optimiert, dass man damit fliegen wollen würde. Und ich hab so, dass, den Verdacht, dass das Raptor-Triebwerk jetzt grad so auf dieser Ebene getestet wurde. Ja, und dann kannst du halt noch das Flugtriebwerk testen, äh, das dann halt schon auf, äh, geringes Gewicht und so weiter und, äh, einfache Handhabbarkeit in der Rakete und so weiter optimiert hast. Also, das ist dann halt nochmal, nochmal ein anderes Biest, das dann halt auch nochmal testen musst. Ja, dann halt, äh, der Flügel von dem, äh, von dem BFS, also von dem Raumschiff, äh, hat ja, hat ja so einen Flügel, ne, und Elon Musk meinte halt, ne, also als Delta-Flügel würde ich das jetzt nicht so richtig bezeichnen. Im Wesentlichen geht's nur darum, äh, dass das Ding dafür sorgt, dass, äh, dass die Rakete nicht mit den Triebwerken zuerst in die Atmosphäre reinkommt. Also, es geht bloß darum, das Ding irgendwie ein bisschen beim Wiedereintritt zu stabilisieren, äh, und, äh, nicht so richtig dafür, dass da sonderlich viel Auft, äh, Auftrieb generiert wird. Also, im Wesentlichen ist es, äh, kein, kein richtiger Flügel und mehr so, mehr so, äh, äh, Leitwerk. Also mehr so ein Ruder als ein, als ein, als ein, äh, Flügel. Ja. Also, äh, es wird mit, äh, also ich kann dir garantieren, ein bisschen Auftrieb wird das Ding generieren, äh, ob du willst oder nicht, äh, aber dafür ist es halt nicht jetzt primär gedacht. Äh, tötötötö. Ja, dann hat die Frage, äh, äh, wie die es schaffen, die, äh, 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 den Treibstoff da drin zu lagern und, äh, meint er, ja, langfristig, also kurzfristig kann man es auf jeden Fall kühlen, äh, einfach dadurch, dass, äh, ein Teil von dem, äh, ein Teil von dem, äh, äh, Mensch, Worte, Worte, deutsche Worte, ein Teil von dem Treibstoff, ähm, verdampft, äh, weil dann hast du Verdampfungskälte sozusagen in dem, in dem eigentlichen Treibstoff. Und, äh, ja, dabei geht dann halt immer mehr Treibstoff verloren. Also, ja, wenn man das langfristig machen will, dann braucht man halt irgendwo einen Kühler, einen aktiven Kühler, äh, der das dann halt, äh, ja, auf der entsprechenden Temperatur, äh, hält. So, äh, äh, was haben wir dann noch, äh, es kam die Frage aus, auf, ob man nicht einfach Methan dadurch flüssig halten kann, dass man viel, dass man halt einfach unter Druck setzt. Äh, Antwort, äh, ja, aber der Druck ist so hoch, dass die Tanks dann so schwer werden, dass das einfach nur bescheuert ist. Punkt. Ähm, ja, achso, und der, der Grund, warum man, äh, warum man jetzt diese, diese, äh, sehr einfachen, man hatte jetzt einen sehr einfachen Aufbau, also man hat ja wieder so eine, so einen einfachen Zylinder und einen kleinen Flügel dran geflanscht, während man halt im letzten Jahr, äh, halt noch ein sehr viel komplexeres Raumschiff, äh, gebaut hat und gezeigt hat. Ähm, ja, und er meint es einfach, ja, äh, von der, von der Masse her ist es nicht sehr effizient, äh, eine sehr komplexe Form zu haben. Die effizienteste Form ist einfach, einen Zylinder zu haben und da noch ein bisschen was dran zu basteln, anstatt, äh, um so einen Zylinder herum, weil denn, der Tank wird immer ein Zylinder sein, oder sowas ähnliches zumindest, äh, um so eine Form herum dann noch eine großartige, komplexe, äh, Form zu bauen. Und irgendwie hat man dann eingesehen, äh, okay, lassen wir es halt als Zylinder. Ähm, im Gegensatz dazu gab es jetzt vor kurzem wieder mal von Lockheed Martin so eine, so ein Video, äh, wie die ein Marsraumschiff auf dem Mars landen wollen und das hat wieder eine sehr komplexe Form. Äh, und Wasserstofftanks und, ach, ja, egal. Ähm, was ich, äh, auch ganz interessant finde, ähm, äh, geht ja auch darum, äh, wie das, äh, Radiation Shielding beim ITS ist. Ähm, es gibt ja anscheinend solche sogenannten, äh, Sonnensturm-Schutzräume, also wenn, wenn, äh, mein Sonnensturm ausbricht, dass die Leute sich dort zurückziehen. Ähm, wie er Kim Stanley Robinsons Roter Mars gelesen hat, die ersten paar Kapitel, äh, wo der Flug zum Mars selbst, äh, beschrieben wird, weil, äh, bevor man irgendwie den Mars besiedelt und terraformiert und da, äh, äh, Weltraumaufzüge baut und, äh, die Hauptprotagonisten getötet werden und so, äh, äh, muss man ja erstmal zum Mars fliegen. Und, äh, äh, da ist auch so ein Sturm und da haben die auch schon so einen Shelter, so einen, äh, so einen Sturm-Bunker drin. Ja, äh, was ganz lustig ist, ähm, ähm, äh, äh, die Frage war, ob es darüber hinaus Strahlenschutz gibt für so die sogenannte Hintergrundstrahlung im Weltraum. Und er meinte, sollte man meinen, ja, ne? Ja, er meinte, also dass das Hintergrundstrahlung der Schaden da nicht so groß ist für die Zeit, äh, für die Flugzeiten, die sie planen, äh, und, äh, kommentiert das dann auch sehr lakonisch mit Buzz Aldrin ist 87. Ähm, äh, also, äh, was, 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 ah, was ich... Wo dann andere Leute auch darauf hingewiesen haben, ja, der war auch nur ein paar Tage da oben. Genau, und, und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Apollo-Astronauten, äh, äh, verstärkt von kardiovaskulären Krankheiten befallen sind. Äh, äh, ob das damit was zu tun hat, das weiß ich nicht. Äh, äh, weil kardiovaskulär, das hat ein, das klingt nicht gerade nach, nach Schädendurchstrahlung oder so. Genau, eine Frage ist natürlich auch, äh, Boring Question about Mars, also, äh, The Boring Company ist ja Elon Musk neueste, neueste Idee, er will jetzt über Tunnel hinbohren. Und die Frage ist natürlich, äh, wird, wird, wird die erste BFS, ähm, eine, äh, Tunnelbohrmaschine, äh, mit sich tragen auf dem Mars? Also, wird er Tunnel auf dem Mars bohren? Da fällt mir gerade ein, äh, die, die Yaksa, die, die japanische, äh, Weltraumagentur, die hat einen Tunnel auf dem Mond gefunden, den man nicht mehr graben müsste, nämlich eine Lavaröhre, 50 Kilometer lang und ziemlich groß. Ja. Fiel mir gerade ein dabei. Außer lustig, da fragt jemand, wer, ähm, was ist nochmal, ISRU, Inters, äh, 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 die, die Nutzung lokaler Ressourcen. Genau. In-Situ-Resource-Utilization, genau. Da fragt jemand, wer das designen wird und er so, SpaceX wird das natürlich designen. Ja, ähm, worauf man, man hat sich auch ein bisschen über, über das, äh, Space Shuttle markiert, weil, äh, das Raumschiff von, von, äh, von SpaceX wird keine, äh, wird kein Höhen, kein Ruder haben hinten. Also, äh, man hat ja so eine, so ein, jedes Flugzeug hat ja so eine, so ein vertikales Ruder und, äh, ja, wird man nicht haben, weil, äh, braucht man nicht. Ja, das Space Shuttle war ja auch dazu designt, dass es auch in der Atmosphäre sehr weit fliegen kann, falls man, falls man da die Sowjetunion da mit einnehmen will, mit den sechs, sechs Astronauten. Ja, sowas und ähnliches. Und dass man, äh, äh, Spionagesatelliten aussetzen kann, äh, ohne einmal komplett um die Erde rumfliegen zu müssen, so, dass man, äh, äh, behaupten kann, ja, wir mussten diesen, äh, diesen Flug nicht unbedingt anmelden international, weil wir sind ja gar nicht ein Orbit geflogen, weil man muss ja nur orbitale Flüge anmelden. Solche Spiranzien hat SpaceX noch nicht vor. Ach, nee, doch, haben sie vor. halt mit Passagieren an Bord, aber darüber hatten wir uns hinreichend ausgelassen beim letzten Mal, ne? Ach so, ja, nee, das, äh, 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 sprich mich gar nicht am besten drauf an. Äh, kommen wir mal ein bisschen weg zu SpaceX. Ja, ähm, die Frage ist... Es war noch irgendwas mit Bob der Bilder, äh, äh, dann irgendwie drei, dass einige Teile vom Raptor-Triebwerk 3D gedruckt werden, was haben wir hier noch? Äh, ach so, ja, die, die, die Control, die, die Control-Fasters, äh, das sind diese, genau die Dinger, mit denen dann, die man, heutzutage meistens mit, äh, mit Hydrazin benutzt, äh, die sollen in diesem Raumschiff, äh, mit Methan und Sauerstoff, äh, druckbetrieben funktionieren. Äh, dann wahrscheinlich irgendwie durch, durch, wo, ja, irgendwie muss man da sich auf jeden Fall noch was, äh, einfallen lassen. Äh, wie man die genau zuverlässig, äh, hinkriegt. Ja. Ähm, das ist, äh, durchaus noch interessant gewesen, ähm, ähm, äh, äh, äh... Den Rest können sich die Leute hier auch selber durchlesen. Genau. Ich bin grad so ein bisschen am, am Drücken, weil, ähm, äh, es ist 22 Uhr und ich hab morgen um 8 Uhr Uni. Äh, Entschuldigung. Nein, das ist kein Problem. Ich wollte nur auch die Leute darauf hinweisen. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ich will aber noch ein Thema unbedingt ansprechen. Nämlich diesen interstellaren Kometen. Ja. Ja, das, ich müsste noch mal kurz gucken, ob bei Twitter, ob da nicht doch noch irgendwas... Ich hab nichts gesehen. Ich folgte mir mittlerweile auch und... Ja, äh... Also, es wurde ein Komet entdeckt, und zwar vor einem Monat, ziemlich genau vor einem Monat, wurde der das erste Mal beobachtet. Da kommt der erste Datenpunkt her, aber jetzt so erst in der letzten Woche wurde der so richtig beobachtet. Und mindestens einer, dem ich vertraut habe und möglicherweise zu viel vertraut habe, hat in einem... Oh, wie heißt das Ding jetzt schon wieder? Ich hab jetzt schon wieder so viele Links offen auf einmal, dass ich jetzt hier kurz gucken musste. Es gibt nämlich von der IAU, der Internationalen Astrono... Nein, nicht Astrono... der Internationalen Astronomischen Union, äh, gibt es die Minor Planet Electronic Circulars. Äh, das sind letzten Endes einfach Meldungen über besondere Beobachtungen von, äh, ja, Asteroiden, Zwerg, äh, Planeten und, äh, Kometen. Äh, Electronic Circulars ist ja auch ein sehr schöner Begriff für Newsletter. Ja, ja, finde ich, äh, sehr schön und ist wahrscheinlich so uralt das Ding schon, dass das Wort Newsletter damals einfach nur noch nicht in Gebrauch war. Ja. Keine Ahnung. Äh, ist jedenfalls geil. Ähm, und zwar ging es hier um den Kometen C, 2017 U1, äh, entdeckt von Pan-Stars. Äh, und, äh, äh, ja, es gab dann eine Reihe von Beobachtungen und mindestens der Garrett V. Williams, der diese Meldung hier verfasst hat, äh, ist darauf gekommen, dass, äh, diese, diese Beobachtungen darauf hindeuten, äh, dass dieser Komet kein normaler Komet ist. Äh, die meisten Kometen, äh, kommen ja nicht aus dem Nirgendwo, sondern die kommen ja alle wieder zurück. Das dauert manchmal ziemlich lange, also bei Hale-Bob zum Beispiel sind das so 2000 Jahre. Beim Hallischen Kometen sind es, äh, äh, 76 Jahre und, äh, bei vielen anderen sind es noch deutlich weniger, bei manchen auch noch mehr. Ähm, also, sowas gibt's halt. Ähm, und der hier, der kommt gar nicht mehr zurück. Zumindest, wenn die Messungen so stimmen, wie sie hier waren. Und, äh, ja, dann hab ich darüber, darüber hatte ich halt schon einen Artikel geschrieben und der ist auch schon veröffentlicht und so weiter. Und dann kam so ein Typ auf Twitter, äh, Simon B., äh, das ist nicht nur irgend so ein Typ, also das ist, äh, ein, ein Astrophysiker, äh, der, der hat, äh, 2013, äh, seinen Doktortitel bekommen. Der war irgendwie, äh, bei, äh, ähm, hatten wir heute schon, äh, bei New Horizons war der mit beschäftigt. Äh, also der hat schon, das ist ein ernsthaft, ein sehr ernstes, Er hat Referenzen. Er hat Referenzen und der hat halt ausgerechnet, mh, ich wär mir da nicht so sicher, dass der wirklich von außerhalb kommt. Ähm, ja, der Punkt ist halt einfach, ähm, äh, 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 Kometen, es sollte auch Kometen geben, die aus Gründen, welchen auch immer, äh, nicht gebunden sind an, äh, an irgendeinen Sternen, sondern auch zwischen Sternen einfach mal so gerade durchfliegen und dann von einem Stern zum nächsten fliegen können. Ein Rogue-Komet. Genau, sozusagen. Hast du denn die Star Trek-Folge noch nicht gesehen? Äh, wo kam das da genau vor? Als er Steiler erzählt, wie seine Mutter umgekommen ist. Oh, verdammt. Äh, nee, dann hab ich da irgendwie was nicht mitgekriegt. Ja. Okay. Könnte man, dass die im 23. Jahrhundert da schon ein bisschen besser sind mit Kometen aufspüren. Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls, äh, man kann sehr wohl davon ausgehen, dass es sowas gibt und man hat halt jetzt geglaubt, äh, jetzt haben wir endlich einen. Und, äh, ich, ich hoffe sehr, dass das, dass der sich irgendwie verrechnet hatte. Der hat kurz danach getwittert, äh, ich sollte solche Berechnungen nicht machen, bevor ich nicht meinen Kaffee getrunken habe. Und ich hoffe so ein bisschen noch, er hat sich, er hat irgendwie einen Fehler gemerkt und hat jetzt noch nicht wieder nochmal neu nachgerechnet. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, äh, äh, ob das, also es ist jetzt so ein bisschen Schrödinger ist Komet. Entweder kommt man auch so halb oder halt doch nicht. Äh, und ich, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich muss meinen Artikel nicht nochmal korrigieren. Äh, und also wenn, dann mache ich den, mache ich das natürlich, aber ich kann mir jetzt nicht sicher sein, weil im Prinzip ist man jetzt so bei Aussage gegen Aussage und ich will jetzt nicht gleich wieder eine Korrektur da reinschreiben äh, und dann hinterher wieder die Korrektur zur Korrektur zu schreiben und, äh, du verstehst das Problem, ne? Ich verstehe das Problem, aber ich, ich, ich sehe da ja unbegrenzte Möglichkeiten, äh, to boldly go where no man has gone before. Ähm, also ich finde das ja, also wenn du sagst, okay, der ist jetzt hier sozusagen auf der Durchreise, Ja. Da könnte man sich ja irgendwie dranhängen. Äh, ja, das Problem ist, äh, wenn du dich an so einen Kometen dranhängen willst, äh, dann musst du erst mal auf diese Geschwindigkeit dann abbremsen. Naja. Weil im Prinzip musst du ja parallel zu ihm fliegen, äh, um, um dann, äh, äh, dich da dran zu hängen, ne? Entweder das, dann musst du halt schon richtig schnell gewesen sein, oder du fliegst einfach bloß irgendwie dorthin, wo der gerade ist, und, äh, ja. Ich sag dir, Frank, Frank, veranhalte also die Galaxis. Das nennt sich dann Litho-Breaking. Dann ist dein Daumen, dann hängst du dein, dann hältst du deinen Daumen raus und dann ist dein Daumen weg, weil, äh, äh, der, der Komet mit ein paar Kilometern pro Sekunde an dir vorbeigerauscht ist und leider nicht rechts angehalten hat. Ja, das sind ja alles nur physikalische Probleme, das lässt sich ja lösen, aber die Möglichkeit, also man muss, man muss ja nur Treibstoff mitnehmen, um dort hinzukommen. Danach ist man ja quasi, äh, hat man ja quasi Gratis-Energie von dem Kometen. Nee, hat man nicht, weil du, du musstest ja die ganze Energie, die du sowieso gebraucht hast, die musstest du ja schon dadurch aufwenden, dass du überhaupt auf die gleiche Geschwindigkeit kommst, äh, mit der der Komet fliegt. Ja, aber du musst. Der einzige, der einzige Vorteil, den du hättest, du hast dort halt Masse. Ja. Du hast auch, also du, du könntest dann vielleicht irgendwie die Masse, die dort ist, irgendwie benutzen. Kannst dich da gut hinter den Kometen schnallen, dann bist du schön geschützt von allem, was dich so, stören könnte. Was, äh, nach allem, was man bisher weiß, sowieso nicht allzu viel ist. Ja, aber du, ja, aber du könntest dich ja, weißt du, du, du könntest ja dann auch Sachen abbauen dort und dich da schön reingraben. Ja, vielleicht gibt's da auch Uran drin und so, dann kann man irgendwie einen Kernreaktor betreiben. Das reicht ja, wenn da Wasser ist. Äh, nee, reicht nicht, weil du fliegst ja dann irgendwie weit weg von der Sonne, du hast dann keine andere Energiequelle und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich nehm das Wasser und mach daraus irgendwie Treibstoff oder sonst irgendwas. Also lass mir doch mal du brauchst denn schon eine ernsthafte Energiequelle. Lass mir doch mal meine Träume, ich will hier, ich will hier, also das wäre doch mal die Wirklichkeit, wirklich per Anhalter durch die Galaxis zu fliegen. Tja, ist halt alles nicht so leicht. Wir müssen, wir müssen wirklich mal nach Alpha Centaurium schauen, welche Pläne dort ausliegen. Kann ja nicht wissen. Ja, kann man nicht wissen. Aber auf diese Note, glaube ich, behenden wir diese Folge. Ähm, oder hast du noch, hast du noch was? Ja, nee, kurzer Hintergrund dazu, äh, es gibt ja eine Redaktion bei Golem. Ich bin ja ja, es gibt eine Redaktion bei Golem. Ich mach das nicht alleine, falls das Thema geglaubt hat. Nee, ich bin ja, ich bin da ja fester Freier und von daher, wenn ich da irgendwie einen Artikel schreibe, dann sollte ich, wenn es geht, vorher schon mal einen Redakteur gefragt haben, ob das Thema soweit interessant ist. und da meinte er halt bloß so, hey, ja, klingt interessant, machst du was dazu? Ja, und dann meinte er, ja, aber bitte nichts mit Raketentriebwerken. Weil ich die letzte, ich hatte irgendwas, die über die Sojus-Rakete geschrieben hat und mich dann letzten Endes halt nur über die Raketentriebwerke ausgelassen hatte und es war dann schon auffällig. Ja, aber wenn sie Leute mögen. Ja, 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 trotzdem, es war, es war übertrieben in dem einen Artikel auf jeden Fall und ich habe ja sowieso eine Tendenz dahin. Also hier, war nicht völlig unterrichtig. Hiermit geht die Aufforderung an alle Hörer und Hörerinnen, auf diesen Artikel zu gehen und drunter zu kommentieren, dass ihnen da der Raketenantriebsaspekt gefehlt hat. Nein, der hat ja nicht gefehlt, hat ja nicht gefehlt. Oder dass sich mehr Fokus auf den Antriebsaspekt gewünscht hätten. Ich habe ja dann im letzten Mal. Lassen Sie nur dafür Golem lesen. Naja, ich habe, also jedenfalls hat er gesagt, aber schreibt nichts mit Raketentriebsäcken da rein. Naja, und dann im letzten, im letzten Satz habe ich es dann doch noch irgendwie untergebracht. Aus Trotz. Aus Trotz, ja. Musste sein. So. Okay. Falken 9, Korea Sat 5a, am 30. Oktober. Oh, jetzt wird mir hier das Wort abgeschnitten, das ist ja böse. Jaja, das ist wie bei den Oscars. Aber ganz, ganz kurz nochmal, ganz kurz nochmal. Ich gehe nochmal kurz hier durch die, durch meine Aufzeichnung. Oh, X37 wird schon wieder verschoben. Ja, ja komm, jetzt, ich muss ins Bett. Oh, okay, ganz kurz noch, ganz, ganz kurz. Blue Origin hat ein Triebwerk getestet. Ja. E4 Triebwerk, wissen wir ja so, mit Methan und Sauerstoff und so. Ganz großes Ding, ganz groß angekündigt, teilweise übertrieben. die haben das für drei Sekunden getestet mit 50% Schub. Ist deswegen erwähnenswert, weil die halt seit Mai nichts mehr testen konnten, weil im Mai sich ein Triebwerk bei denen auf dem Teststand, oder zumindest eine Komponente von einem Triebwerk auf dem Teststand, hinreichend formschön auseinandergebaut hat, dass der Teststand dann erstmal ein paar Monate lang nicht mehr benutzbar war. Jetzt war man halt hier ganz stolz dabei und hat gezeigt, hey, wir haben getestet für drei Sekunden. Naja. Okay, wollte ich noch kurz erwähnt haben. Korea Sat, 5A auf einer Falcon 9 am 30. Oktober um 21.34 Uhr bis 23.58 Uhr geht das Flugfenster von Kennedy Space Center Florida. Wann war das nochmal? 30. Oktober. 30. Oktober, hohe. Ok. Wieso? Ich dachte irgendwie, der nächste wäre für November geplant. Ja, es ist auch fast, es ist sehr knapp Oktober zugegebenermaßen. Minotaur-C-Rakete wurde verschoben, das heißt, ich habe noch eine Gnadenfrist, meinen Artikel darüber zu schreiben und ich muss das jetzt morgen wirklich machen, egal was passiert, das Ding muss fertig werden. verschoben zigmal kommt dann, was damit auf sich hat. Willst du auch sagen, wann, an welchem Datum? Am 31. Oktober, habe ich schon gesagt. Hast du nicht gesagt? Ok, kurz vor Mitternacht dann übrigens. Ja, 23.37 Uhr. Von Wendenberg in Kalifornien, weil soll sonnensynchron werden und von Florida aus sind so Missionen, die sonnensynchron sein sollen, ein bisschen blöd, weil du musst dann so Richtung Pole fliegen und von Wendenberg aus macht man das nach Süden hin und da ist halt Pazifik und von Florida aus ist da halt im Norden irgendwie Neuengland und so und dann dann zieht man den den Pazifik als Überflugsgebiet dann doch irgendwie vor. Ja, ist das, ist das, spielst du noch alle, zu welchem Pole man fliegt? Ja. Kann man ja, kann man nicht von Kennedy aus Richtung Südpol fliegen? Ja, kann man ja. Ach so, ja, dann hast du irgendwie, ich bin mir gerade nicht sicher, ich konsultiere den Globus, Moment, da hat man Kuba im Weg. Das, das könnte schwierig werden, da, ich glaube, da war mal was mit irgendwie Raketen, da klingelt was. möglicherweise Jamaika und so. Ich, ich, ich wusste nicht, ob es, ich wusste nicht, ob es Kuba ist oder ob es hier Hispaniola ist, also hier Haiti und. Ja, schon Kuba, Kuba klingt nicht ganz falsch, klingt nicht ganz falsch. Ja. Dann haben wir im November noch kein genaues Atom, lange Marsch, 3B mit einem Baidu-Satelliten, aha. Ja, Baidu ist das Navigationssystem. Genau. Hatten wir ja irgendwann mal geklärt, das heißt Kompass. Das, äh, klingt richtig. Äh, willst du eine nächste? Ähm, am 7. beziehungsweise 8. November, äh, das ist um 1.42 Uhr. Also 3.42 Uhr unserer Zeit. Ja, also am 8. November, äh, in Französisch Guyana, also, äh, äh, Ortszeit ist das dann der 7., der 7. November, alles klar. Eine Vega-Rakete, äh, mit MN-35-13 Erd, äh, ah, für Marokko, ein, ein Erdbeobachtungssatellit. für das Königreich Marokko. Ähm, dann haben... Königreich Marokko, äh, zu dem Westsahara garantiert, äh, oder, also, wenn man die Marokkaner fragt, wenn man die Marokkaner fragt, dann gehört die Marokkaner ganz, ganz genau zu Marokko. Genau, wenn man die, die Leute dort fragt, äh, nicht unbedingt. Sehen die das ein bisschen anders. Aber Marokko ist ja die größte, äh, wie hieß das, ähm, das war so, Phosphormine der Welt. Ja, aber das ist halt, die sind halt gerade in der Westsahara. Genau, das ist ja, das ist das Problem, weil uns geht das Phosphor aus, das wird nochmal ein ganz großes Problem. Äh, naja, anderes Thema lassen wir sein. Wir wollen keine Leute jetzt dazu aufrufen, große Phosphor-Vorräte anzulegen, weil dann kommen wir garantiert auf eine Terrorliste. Das, äh, das diskutieren wir später. Genau, dann haben wir eine Delta 2 mit dem JPSS 1, das ist ein, äh, Satellit für den amerikanischen Wetterdienst, ähm, und der fliegt am 10. November um, äh, 19. November, 11.47 Uhr, äh, von der Vandenberg Air Force Base, weil er auch in einen polaren Orbit gehen soll. Und einfach, weil ich jetzt dabei bin, und auch wenn das überhaupt keinen Sinn mehr macht, wäre bis dahin, oh nee, nee, 12. ist der Nächste. Ja, um den 12. Ich gehe, wir gehen jetzt mal, nehmen nochmal die Antares mit. Genau, die Antares-Rakete, äh, am 11.11. Äh, leider nicht um 11.11, äh, sondern um 12.37 Uhr, äh, Green Springtime, also dann, äh, mit Sicherheit um 13.37 Uhr unsere Zeit. Also Lead-Zeit. Oh, 13.37 Uhr, Lead-Hour. Unsere Zeit, weil dann ist ja nicht mehr, nicht mehr, äh, Sommerzeit. Ähm, ja, Antares-Rakete, seit langer Zeit mal wieder, äh, mit den zwei RD-181-Triebwerken, äh, die ja heutzutage kein Problem mehr sind, weil die, äh, Beziehungen zwischen Russland und den USA ja super viel besser geworden sind. Ach, RD-181 hatten wir lange nicht mehr. Jaja, ne? Das war, das war, ich hab ja schon fast nostalgische Gefühle bei dem Triebwerk. Jaja. Oh, das war mal ein ganz großes Thema hier im Podcast. Die Älteren werden sich erinnern, oder die Leute, die das Archiv jetzt vor kurzem durchgehört haben. Das machen wir, das machen wir dann, äh, wenn wir, wenn die Antares-Rakete irgendwie gestartet ist, weil, ähm, äh, man sieht dann hier immer so, delayed from July 6, also vom, also ursprünglich 6. Juli, dann hieß es, äh, äh, 1. Oktober, äh, nee, warte, dann hieß es 1. Oktober, dann wurde es wieder vorverschoben, zum 12. September, äh, dann wieder verschoben auf den 10. November. Ja, genau, mit Stand vom 18. Oktober. Und jetzt ist 11. November, irgendwie so, also, äh, ein bisschen wild. Genau. Ein bisschen wild. Ähm, was übrigens auch angekündigt wurde, eine mysteriöse, äh, Nutzlast, äh, von, äh, von der Falcon 9-Rakete, äh, namens Zuma, von Northrop Grumman, äh, wo keiner weiß, das Ding tauchte irgendwie plötzlich auf, also sehr plötzlich, für alle normalen. Kann ich mal googeln, was das heißt? Äh, ja, kann man ja mal gucken. Es gibt, äh, aber es ist eh bloß irgend so ein komischer Militär. Es gibt Jakob Zuma, das ist der Präsident des, äh, von, äh, äh, Südafrika, vom afrikanischen National Congress. Ähm, puh, aha. Vielleicht ist das ein X37. Nee, hatten wir ja schon. Ja, aber noch eins, sie haben ja zwei davon. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht koppeln sie die im, im Dings, weißt du? Ja, was weiß ich, also, ähm, ja, jedenfalls zu schwer kann es nicht sein, was auch immer gestartet wird, äh, äh, weil die, die Rakete kommt wieder zurück, also die, äh, ja, kriegen sie beim X37 möglich, oder? Hä? Ja, beim X37 möglich. Jaja, also, keine Ahnung, äh, wird man sehen, ähm, man wird dann auch, äh, irgendwie, die müssen ja sagen, äh, was die Gefahrenzonen sind, und dann sieht man ungefähr, in welchen Orbit das gehen wird, und dann, ja, wir werden sehen. Also, es ist ja, hm, es wird ja wahrscheinlich kein, kein 0815 spionatisches Satellit sein, dann wäre es ja dann ein, N-Roll-Start. Ja, irgendwie 0815 ist es nicht, äh, und kommt halt auch von Northrop Grumman, äh, und, also, das ist ja eigentlich doch eine Firma, ne, also, das ist zwar Militärkontrakter durch und durch, äh, aber ist halt doch irgendwie so, 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 eine Firma halt, die dann irgendwie Interessen damit, äh, ach nee, für das US, für die US-Regierung. Vielleicht schießen sie auch einfach Trump auf den Mond oder so. Ja, wer weiß. Ähm, ach ja, und Wildcard, irgendwie, äh, viertes Quartal, was ja schon längst angebrochen ist, äh, äh, die Elektron-Rakation. Also längst seit, äh, 25 Tagen. Ja, also irgendwie, irgendwie, vielleicht, vielleicht kommt da irgendwie ganz plötzlich was, wer weiß. Also Wildcard, Elektron-Still-Testing, ähm, die wollen ja, wollen ja, wenn's gut läuft, schon am dritten Start, dann, äh, Nutzlast drin haben. Ja, und, äh, und, äh, die wollen ja eine schon zum Mond, die wollen ja dieses Jahr noch eine zum Mond fliegen. Ja, gut. Äh, das nur was wird. Wir haben ja, haben wir jetzt, haben wir, haben wir jetzt mehr Zeit als, äh, bis Ende des Jahres. Aber haben wir im Interview gesagt, dass wir das locker schaffen, dass es an ihnen nicht liegt. Tja, wir werden's sehen. Okay, damit beenden wir diese Sendung, ähm, so, du musst ins Bett. Genau, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich hab die letzten Tage so viel im Bett gelegt, ich hab keinen Bock. Guten Abend. Äh, der Frank, äh, der Frank geht jetzt nochmal eine Runde joggen. Irgendwas, nee, nee, also das auch nicht. also, äh, so, so ganz auf dem Damm bin ich noch nicht, aber ich bin eigentlich erstaunt, dass ich, dass ich doch ganz gut durchgehalten hab. Genau. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, wenn ihr Feedback oder sonstiges habt, schreibt es uns in die Kommentare oder auf Twitter. Ich seh gerade, weißt du, was ich gerade sehe? Was? Äh, es fliegt nochmal ein Rakott. Hm. Verdammt, von Pläsetzg aus. Hm. Und sogar ein Eurokott. Hm. Und für die ESA. Hm. Sentinel 3B. Hm. Oh Gott. Alles falsch. Du, wir müssen die Sendung nochmal neu machen. Genau, also Schnitt, machen wir nochmal neu. Schnitt alles neu, äh, wir müssen den Countdown nochmal anfangen. Ach Gott, nein. Und wir waren fast durch. Ist er noch in der Aufnahme? Wir schneiden hier, wir schneiden hier ja nicht, das müsst ihr ja wissen. Genau. Ah. Gut. Ähm, wenn ihr, wenn ihr, zweieinhalb Stunden alles umsonst. Geld übrig habt, zweieinviertel Stunde. Wenn ihr Geld übrig habt, dann schmeißt uns das doch in den Hut. Und, ähm, wir machen jetzt die Sendung nochmal, oder auch nicht. Ähm, ist ja noch in der offiziellen Sendung drin, von dem her können wir es ja als besprochen abhaken. Ähm, und wir wissen ja, dass alle Hörer und Hörerinnen bis zur letzten Sekunde diesen Podcast auskosten werden. Und, äh, sagen dann, Ciao. Ciao.